Und wir sind hier in der Kanalisation. Was war das eigentlich, wo wir hier rein sind? Was war das? So, hier raus geht's wieder zur Zisterne. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das alles hier extrem kuschelig aus. Ich freue mich sehr. In diesem Wasser wird auch bestimmt überhaupt kein... ...Gegner sein. Und hallo Prospera, guten Abend. Äh, okay. Hüpf, oh, hüpf, oh, hüpf. Bringt mir das Hüpfen überhaupt irgendwas? Wahrscheinlich später. Was, uff. Da kommt bestimmt noch irgendein Viech, was mich wieder durchs Wasser verfolgt. Sehr nett finde ich ja, dass hier schon die Fackeln an sind. Das finde ich sehr positiv. Öl. Sehr gut. Es gibt Öl, Baby. Was meinst du, Taurus? Da geht's ja schon los. Womit geht's los? Was? Da hinten ist so ein... Muss ich das drehen? Da ist er doch schon. Na, siehst du? Kanalisationswasser umleiten. Da ist auf jeden Fall ein Zettel. Da ist es so, dass ich nicht so, dass Alexander nicht so, was ich nur beschreiben kann, was ich nur beschreiben kann, wie magisch. Ich bin nicht so, dass ich nicht so, dass ich mich überraschend bin, auch wenn ich über Europa überraschend bin. Ich habe mir gedacht, dass ich mich überraschend hätte, das Supernatural ist, um mich zu retten, um mich zu retten und mein Leben zu retten. Als Pfiff, ich mache alles in meinem Macht, um mich zu fokussieren, um mich zu fokussieren, und nicht zu viel auf meine eigenen Gefühlen. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going and we headed downstairs to the old dungeon, where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy and botany. The crown of Brennenberg must be the inner sanctum, a most hallowed ground where we shall attempt to permanently banish the Orbs shadow. Wer es glaubt. Achso mit dem Game geht es jetzt schon, das ja natürlich. Why? 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 Why, Freunde? Why, Freunde? Oh Gott. Hei. Hei. Ui. Hei. Fuck. Oh, damn it. Damn it. Damn it. Damn it. Oh, God. Come on. Ach, komm schon! Ach, würdest du mal bitte da drauf gehen? Na gut. So, ich weiß jetzt zwar nicht, was ich getan habe, indem ich das hier alles umgeleitet habe. Ah, okay, da ist eine noch nicht benutzbare ... Es ist in einer rostigen Kette an der Decke befestigt. Okay, gut, die müssen wir also runterbringen irgendwie. Ähm, eine Brücke muss runtergelassen werden, um fortzufahren. Tada! Okay. Und Medix, hello, hello, hello! Willkommen, willkommen! Gommen Sie näher, gommen Sie ran! Gommen Sie rein, gönn Sie raus, gommen! Ähm ... Okay, ich hoffe mal, ich kann jetzt hier einfach so durchs Wasser warten und da ist nicht wieder irgend so ein Typ. und wenn dann bin ich halt tot. Machst du nix, ne? Ach, Juno, guck mal. Das ist ein ganz kleines Cookie zum Springi. Ach, Juno. Naja, nicht gut. Zwei Meter Abstand bitte. Ja, auf jeden Fall. Ja, das sowieso. Ich sage ja jetzt nicht, dass du hier kuscheln sollst. Also, so weit geht das dann hier doch nicht. Moment, hier waren wir doch. Ach so. Das hat jetzt das hier runtergesenkt, oder was? Wasser tritt langsam in die Kammer ein. Ah, okay, das ist jetzt da mit dem Umleitenbums hier. Ähm, okay. Whatever. Platsch, 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 platsch. Platschi, watschi. Pfft. Pfft. Ich habe das Gefühl, da sollte ich besser nicht reintreten. Das ist auch wieder so ein Ventil. Ist hier noch mehr? Ach, wir drehen einfach mal lustig, wa? Ich glaube, das kommt immer gut. Okay, das hat zumindest jetzt noch nichts zum Explodieren gebracht, aber es hat aufgehört zu pöten. Ups, da war ein P-grund. Okay, oh, ein Zettel, ein Zettel. Okay. 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 Ich konnte nie sicher sein, bis heute, dass ich auf der richtige Weg bin. Usingen mein Arm, Alexander hat seine Kraft geschafft, um ihn zu uns zu tun. Der Sanctum innen flared mit blühen, fein Licht, und ich konnte die gleichen Dinge fühlen, wie in der Schmerz in Algerien. Es war wie in einem verrückten Wurzeln von Impressions. Es war schrecklich. Aber Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Ah! So close. I've got a bad feeling. Macla. So. Ich glaube, jetzt haben wir erfolgreich alles kaputt gemacht. Aber bringt uns das jetzt hier? Natürlich. Okay. Ich meine, das waren jetzt aber die einzigen Sachen, die wir hier drehen konnten. Mehr war jetzt hier nicht. Geh nur mal raus. Da war es wenigstens kuschelig. Okay. Ist sich jetzt hier irgendwas getan? Kann ich jetzt hier eigentlich noch irgendwas? Was? Hier die, ähm... Das Ding müsste ja auch noch runterkommen. Ach so! Ah, so. Da ist noch ein Hebel. Ähm... Okay. Was sagt er da jetzt zu? Repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Seriously? Ist hier unten vielleicht irgendwo noch ein Rohr, was wir... Ähm... da drin verwenden können, weil... Ha. Also die Brücke scheint gar nicht von diesen Rohren da beeinflusst zu sein. Oder was? Da hat sich jetzt hier drin noch irgendwas getan, was ich nicht gesehen habe. Also... Oder warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, andere... Ja, so, shit. Ich wollte wieder raus. Ähm... Vielleicht haben wir dadurch, dass wir das Wasser umgeleitet haben... Da hinten war ja ein überschwemmter Bereich. Vielleicht haben wir den Bereich... ...jetzt frei gemacht, dass da hinten das Wasser weg ist. Das könnte doch sein. Hoffe ich. Zumindest... I think... Könnte das vielleicht was gebracht haben? Nee. Das Wasser ist immer noch da. Dang it! Da ist hier unten noch irgendeine... Irgendein Rohr, was ich hochschmeißen könnte, zum Beispiel. Nö, ne? Toll, jetzt hänge ich schon wieder. Das ist wunderbar. Ich dachte, vielleicht hat das schon irgendwas gebracht. Aber... Was soll ich hier drin jetzt noch machen? Weil hier drüben... Haben wir hier noch was? Oh! Meine Zünderwüchse. Jut. Jut. Aber keine... Keine Kurbel oder so, was ich jetzt drehen könnte. Oh! Und Roxy! Good night! Good night! Good night! So... So... Da war dieses... Ähm... Rohr dahinten. Das habe ich betüdelt. Kann ich auch nicht mehr betüdeln. Ist festgefroren, lukischerweise. Okay. Ähm... Das hatten wir aufgemacht. Hier heult sich jemand die Augen raus. Hier hat sich irgend... Ja, hier hat es Wasser. Das Wasser, das in die Kammersprünft macht ein merkwürdiges Geräusch. Ja, das Wasser weint. Äh... 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 Aber mehr sehe ich auch nisch. Da drüben wir euch? Warte mal, da hinten... Vielleicht... Ach stimmt, da war ja diese Brücke, die ich noch... Verdingsen muss. Kann ich da vielleicht... Lag da nicht irgendwo... Lag da nicht irgendwo Steine oder sowas? Mal... Da. Moment. Wir machen das mal. Gott. Treffe ich das? Das ist echt so einfach. Okay, ich glaube, wir müssen noch mal da hinten hin. Nein. Ist Wasser traurig, weil niemand merkt, wenn es weint? Wow. Jo. Ist klar. Uff. Das ist, wie hört man was, wenn... Wenn im Wald ein Baum umfällt, aber es ist niemand da, um das Geräusch zu hören? Oder wie war das? Ach, guck mal hier. Äh, äh. Ich bin ein Rohrleidungsbauer, meine lieben Freunde. Ja. Und Freunde, freut ihr euch schon wundervollig auf das Wochenende? Ist das nicht großartig? Morgen ist Freitag. Und dann ist Wochenende. Für mich ist es scheiße, weil dann fängt halt auch wieder die Arbeit an, ab Montag. Okay. Ne, da hinten waren ja diese Rohre. Ne, er hat ja auch angezeigt, dass ich das Rätsel jetzt quasi gelöst habe, ne? Also von daher. Ich finde, Orb ist als Wort total unsexy. Ich weiß nicht, ob Orb wirklich sexy sein möchte. Also, können Wörter sexy sein, wollen, müssen, tun, sollen? Keine Ahnung. Yo! Vorhin hat es geklappt, dass ich hier einfach drüber gelaufen bin. Ja, morgen Derby heißt vor gegen St. Pauli. Ja gut, so hat halt jeder seine Prioritäten. Okay, das ist jetzt das Wasser da hinten rum. Nö, will nicht. Ja, das ist das einzig Blöde. Aha! Now the water is gone. Oh. Oh, jetzt ist hier schlechte Luft. Oh Gott. Crap. Okay, nicht so gut. Fuck. Das Blöde ist, mir fehlt ja eigentlich auch noch ein Rohr, ne? Kann ich eigentlich noch mal Schmodder mitnehmen? Es muss nicht noch einmal nachgefüllt werden. Okay. Ja, Prospera Gasmaske, die ich mir jetzt gerade aus dem Hintern ziehe und aus den Rippen schneide. Was habe ich denn noch? Hammer und Meißel. Ich habe noch diesen Dings. Das kann ich mal nachfüllen. Eine Kurbel für die Maschine. Wo muss ich denn jetzt eigentlich noch kurbeln? Wir müssen hier halt auch noch hier rüber. Ja, zumindest einen Mund-Nasen-Schutz sollte man dabei haben. Das ist wohl wahr. Tets true. True dead. Ähm. Hm. Hat sich hier drin irgendwas getan? Im Steuerraum? Dadurch, dass wir jetzt das Wasser umgeleitet haben? Eigentlich nicht, oder? Naja, Prospera, ich vermute mal, das Rohr könnte da unten noch irgendwo sein. Vielleicht hat sich hier noch im Steuerraum irgendwas getan, dadurch, dass wir das Wasser jetzt irgendwie umgeleitet haben. Weil in der Komplettlösung hatte er nämlich auch nur gesagt, erst mal die drei Rohre anbringen. So. Hier ist sonst nichts mehr. Ist kein Rohr mehr. Es muss noch ein Rohr irgendwo sein, ja. Aber ich glaube, das finden wir dann erst da hinten. Ich weiß jetzt noch nicht, wie wir da reinkommen. Ähm. Hey, aber er hat sich sogar unsere Konstruktion hier gemerkt. Sehr schön. Hier liegt nur ein Hammer. Dahinten hatte ich ja geguckt. Da ist auch kein Rohr rausgefallen oder so. Jetzt auch etwas ungünstig. Und hier sollte ich ja besser kein Rohr abschlagen. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht so eine geile Idee. Oh. Oh, kommst du hin? Da lach noch Öl. Wie schwer zum Elch. So. Sehr schön. Voll übersehen. Da unten ist nichts. Also ich will da jetzt nicht einfach so rein stürmen. Da unten da, wo jetzt diese Giftgasgedöns ist. Also hier fehlt uns auf jeden Fall noch ein Rohr. Muss ich das vielleicht... Muss ich das unbedingt... Warte mal. Nee, aber die gehen da automatisch ran. Ich könnte jetzt nicht eins umdrehen und sagen, ich nutze das jetzt so. Das ist nicht so geplant von dem Spiel. Ich meine, ich habe nicht viele Möglichkeiten. Ich weiß halt nicht, wie ich diesem Schmodder da ausweichen kann. Das ist mir halt... Noch etwas... Keine Ahnung. Weil hier hat er mir ja des Rätsels Lösung. Es hat Puff gemacht und alles war super. Das heißt... Das Rätsel haben wir gelöst. Ich weiß ja nicht, ob ich jetzt einfach YOLO machen soll und einfach... Da rein renne. Dieses Rohr brauche ich unter Garantie noch, um... Hier sieht man auch, das wabert hier... Ja, YOLO. Ach, ich brauche einen Impfstoff. Aha. Ja klar, was man halt so gegen grüne, giftige Dämpfer halt braucht, ne? Uff. So, ich glaube, ich kann ein bisschen nichts gebrauchen. Ah, einige Schnittwunden, das passt, ne? Ja, ich hatte die Helligkeit ein bisschen höher gestellt, auch für mich. Ich kann sie auch wieder ein bisschen, bisschen runterstellen. Ich wollte ja auch, dass ihr ein bisschen was seht. Also hier in der Zisterne ist es allgemein etwas heller. Weil hier oben ja, ne? Die Helligkeit reinkommt. Das hier helle ist, ist relativ normal. Na toll, Taros. Der Impfstoff ist geil, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber ich will jetzt keinen... Ich brauche noch einen... Also für da unten brauche ich einen Impfstoff. Warte mal, was habe ich noch für Hinweise? Was sagt der denn noch? Mementos. Finde einen Impfstoff, um die Kanalisation sicher zu durchqueren. Repariere die Maschine, die die Ostbrücke antreibt. Okay. Ostbrücke ist das hier. Ich vermute mal, dass ich erst die Brücke machen muss. Und dann kann ich mir den Impfstoff holen. Und dann kann ich da runter und dann kriege ich irgendwas, damit ich da endgültig mal hier durch kann. Hm. Aber ich habe kein Teil... Ich habe echt keine Ahnung, was ich noch tun kann. Ja, Prospera, das wusste ich auch gern, wo die Maschine ist. Vielleicht da drüben halt. Oder in der Kanalisation unten. Aber... Ich denke mal, das Erste, was wir brauchen, ist dieses verpiepte Rohr. Aber hier liegt ja nichts rum. Ähm. Ich sagte, ich habe jetzt auch nicht sonderlich viel. Eine Kurbel... ...für eine Maschine... ...Nadel, ein kleiner Tischlaborer, Hammer und Meißel. Werkzeuge zum Schneiden von Steinen. Nee, unten irgendwo ein Rohr rausknüppeln. Oder wie schaut das aus? Keine Ahnung. Aber dass wir da einen Impfstoff brauchen, ich hätte jetzt auch eher mit einer Gasmaske oder was Ähnlichem gerechnet. Aber Impfstoff ist auch gut. Das ist hier irgendwo irgendwas. Hier sind so viele Rohre, die kann ich doch einfach mal ein bisschen verbiegen, oder? Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Bestimmt übersehe ich jetzt hier was total Einfaches. Hier habe ich ja schon alles richtig eingestellt. Ansonsten gucke ich jetzt gleich wieder nach... Ah. Nicht irgendwo was wegklöppeln. Das muss ja so bleiben, damit da drüben alles läuft. Eigentlich. Ist doch kein Rohr mehr. Bestimmt liegt irgendwo eins irgendwo in der Ecke, wo ich es jetzt nicht sehe. Scheiß Rohr. Das war nur so ein blödes Werkzeug, was ich eh nicht gebrauchen kann. Wo ist Blut? Blut und Schweiß. Was ist da hinten noch irgendwas? Königreich für ein Rohr. Da hinten komme ich aber nicht rein. Leila. Good evening. Willkommen bei unserem Suchspiel. Hast du mal eben kurz in Watch Dogs reingewatcht? Ha. Wie gesagt, ich gucke mir da einen Stream von an und dann ist gut. Dann hole ich mir das irgendwann mal im Angebot. Dann passt das. Dann bauen wir ein dickes Rohr, kommt dann schon mal vor und blasen dicken Smoke durchs Brandenburger Tor. Das klingt nach Seed oder Peter Fox. Und wie tracen die Rays so. Die verrückten Rage Racer. Sieht hoffentlich nice aus. Die verrückten Rage Racer. Es ist wirklich herbsch. Ja, dickes B, ne? Das, äh, ich dachte mir doch, das hört sich doch sehr nach Seed an. Äh, und so. Ja, Leila, ich weiß, dass man das Permadeath ausmachen kann. Aber, das ist ja auch irgendwie doof, oder? Also, wenn dein rekrutierter Agent stirbt, dann stirbt er halt. Das ist halt so. Ich gucke jetzt mal, ganz ehrlich. Ich gucke jetzt mal, ganz ehrlich. Ich gucke jetzt mal, ganz ehrlich. Genau. Okay. Der war zuerst da hinten, wo wir jetzt waren, mit diesen Ventilen. Ausdrehen, so Steuerraum. Ich habe es ausgemacht und auf leicht umgestellt. Ist doch okay. Bei der anderen Maschine waren dort die Steuerhebel verbogen. Nee. Ähm, ich musste, ich musste die, die Hebel musste ich ja so einstellen, dass sie miteinander übereinstimmen. Weil hier in der Mitte, das Ding muss, muss runter sein. Das, äh, also die Hebel müssen mit den Hebeln übereinstimmen. So steht es auch in der Lösung. Das ist schon richtig. Weil das, das muss mit dem hier übereinstimmen. Ich gucke nur mal gerade. La, la, la. Hä? Sagt da auch wieder, geht also raus bis vor die Tür des Steuerraums und betätigt den Hebel rechts. Hä? Also er sagt halt auch, man kommt in die Zisterne. Ähm. Und ein Leiter, ja. So ist Öl. Okay. Okay, er beschreibt ja nur die Zisterne. Da ist genau das, was wir gemacht haben mit den ganzen Ventilen. Drehen, blibla blub. Ähm. Ach so. Äh. Er sagt hier, wenn ihr den Ausgang seht, blockiert die rote Substanz den Weg zur Tür. Das hat sie ja eigentlich nicht gemacht. Hm. Ich habe hier doch noch irgendwas übersehen, aber, ja. Hm. Ne, aber das ist eigentlich alles so. Geht in den Steuerraum. Jetzt gucke ich mal, wie viele Dinger er hat. Auf dem Boden liegt ein Rohr. Rohr Nummer eins. Im Raum liegt noch ein Rohr herum. Rohr Nummer zwei. Da ist Rohr Nummer drei. Nehmt eure Rohre und tragt sie an die linke Wand. Okay. Der hat auch nur drei Rohre. Er sagt jetzt auch nur, geht wieder raus und, ähm, betätigt den Hebel. Geht also raus bis vor die Tür des Steuerraums und betätigt den Hebel rechts. Leider bleibt die Brücke auf halber Höhe hängen. Wann? Ach. Far Cry 6 wird verschoben. Ja, I couldn't care less. Far Cry 6 ist für mich ungefähr genauso interessant wie Watch Dogs Legion. Ich kann diese ganzen, ewig gleichen Ubisoft-Spielchen auch nicht mehr sehen. Hier passiert doch nichts. Hä? Ich muss hier noch irgendwas übersehen haben. So. Moment. Das ist die Zisterna. Okay. Geht geradeaus über die Brücke und weiter. Ihr habt einen Flash. Das hatten wir ja schon. Er spricht mit Alexander über das Wasser hier und für was man es benutzen kann. La, 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 la. Na. Seht nach rechts. Ihr bemerkt die roten Blüten, die auf dem Wasser treiben. Naja, nicht wirklich. Die waren da, glaube ich mal. Äh, sie führen zu einer Treppe und zu einem anderen Podest. Rennen durchs Wasser und die rechte Treppe rauf. Wir sehen drei Kisten. Ich glaube, die sind schon weg, oder? Aber hier sind wir noch rechts gerannt. Gucken wir mal da jetzt hier drüben. Ach so. Tret' ich um, gehe die Treppe runter, gegenüber wieder rauf. Okay, da hat er nur den, ähm, wo wir ja auch die zu einer Büchse gefunden haben. Das beschreibt er. Dann geht wieder rauf. So, dann sind wir hier. Ähm. Gegenüber, geht weiter, springt über die zerstörten Teile des Steges. Links ist eine Brücke, da gehen wir erst später drüber. Wir fahren jetzt weiter, um hinten links an der Wand an das Witzel zu drehen. Das haben wir gemacht. Dies wird das Wasser der Kanalisation umleiten. Lest die Notiz, haben wir gemacht. Ein Windschluss, bläst die Lichter aus. Jo. Geht den Weg zurück und springt wieder über den zerstörten Teil des Steges. Jetzt erreicht die Brücke, geht jetzt drüber, was? Was für eine Brücke? Da drüben die? Ach, da, die Brücke, ne? Geht drüber. Ich muss ein bisschen zum, zum Licht hier. Ah, Licht. Ähm. Da ist eine Truhe. Geht, äh, geht wieder zurück über die Brücke und nach rechts und springt über die Lücken. Bei uns ist eine Wasserfläche. Gegenüber seht ihr die Treppe, die auf ein anderes Podest führt. Links ist eine hochgezogene Brücke. Hä? Hä? Es ist alles sehr komisch beschrieben. Das war die hochgezogene Brücke. Geht dorthin, senkt an einer rostigen Kette. Sucht euch einen Stein und werft ihn auf die Kette. Die Brücke kommt runter, geht drüber, springt von Plattform zu Plattform, erreicht eine Stelle, ähm, bei ein paar Felsblöcke rumliegen, klettert drüber und geht über das Brett, um das nächste Potest zu erreichen. Ihr findet eine Notiz auf der Kiste rechts. Bla, bla, bla. Wie auch immer. Dreht am Ventil, geht denselben Weg zurück. Das Ventil haben wir ja. Äh, bis zur Kante der Plattform. Die Brücke liegt rechts von euch. Von da aus seht ihr links eine weitere Treppe. Wir müssen allerdings wieder durchs Wasser. Genau. Und auf der anderen Plattform bemerkt ihr den Dampf, der aus den, ähm, der rauskommt. Das war da hinten. Ähm. Moment. Äh, bla, bla, bla. Bemerkt ihr den Dampf, der aus den Rohren kommt. Er wird euch verletzen. Seid vorsichtig. Nachdem ihr die Dampfrohre passiert habt, dreht am Ventil. Dann geht weiter, geht über die Brücke. Da liegt eine Notiz. Ähm. An der Wand ist das letzte Ventil. Jetzt bläst der Wind auch noch die letzten Lichter aus. Geht zurück an den Dampfrohren vorbei und die Treppe runter zum Wasser. Treppe zum Ausgang ist ziemlich weit entfernt. Dann zum Ausgang kommen. Blockiert die rote Substanz den Weg zur Tür. Das hat er ja nicht gemacht. Hab ich da hinten? Das hab ich gedreht. Hab ich da hinten was vergessen? Nö. War noch da hinten. Das kann ich auch nicht mehr drehen. Nö, aber hier ist ja nichts mehr. Ich hab das ja alles gedreht. Von daher wüsste ich jetzt nicht, was wir noch machen sollen. Ich hab alles genauso gemacht, wie er das auch gesagt hat. Dann müsste aber eigentlich hier diese rote Substanz auftauchen, was es nicht tut. Hab jetzt auch nichts dagegen, aber... Irgendwas... Oha, 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 the board gently down the stream. Ach, Five Nights at Freddy's hat mich nie so interessiert, muss ich sagen. Moment, ich hab ne Idee. Nee. Aber nee, das Rohr kann ich ja nicht nehmen, ne? Nee. Nee. Okay, Zisterne haben wir wirklich eigentlich alles gemacht, was geht. Steuerraum, geht in den Steuerraum. Ich gehe das jetzt durch. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas fehlt noch. Der Pass wäre noch viel geiler, wenn das doch nicht so scheiße wäre. Ja, das ist wohl wahr. Gehen wir zuerst in den Raum rechts. Wir sehen einen Kontrollpunkt mit Rädern. Genau. Auf dem Boden liegt ein Rohr. Das haben wir ja schon mitgenommen. Nehmt das Rohr, verlasst den Raum, werft das Rohr durch die geöffnete Tür mit den Kisten. Genau, das war Rohr Nummer 1. Geht in den anderen Raum. Der Raum ist ähnlich dem, den wir gerade gesehen haben, außer dass die Ketten mit den Gewichten noch nicht ausgerichtet sind. Das Rätsel ist eine Lösung, bestehen darin, dass die Gewichte von der Höhe genauso ausgerichtet sind, wie die im Raum gegenüber. Dreht also langsam an den Rädern am Kontrollpunkt und achtet auf die Geräusche. Wenn ihr ihn klicken hört, stimmt die Höhe. Hier im Raum liegt noch ein Rohr herum. Nehmt das, verlasst den Raum. Das hatten wir ja auch schon. Hier vielleicht noch irgendwas drehen? Steckt fest. Gut, also die haben wir schon richtig ausgerichtet. Die Rohre hatten wir auch. Geht nun durch die festgeklemmte Tür und werft das Rohr hin. Dazu kommen wir später. Ne, Moment. In diesem Bereich gibt es noch zwei Räume, links und rechts. Geht von hier aus zuerst nach rechts. Geht die Treppe runter und eine Notiz. Nehmt das Rohr vom Boden und merkt euch die Stellung der Hebel am Kontrollpunkt. Genau, das waren ja diese... Das Rohr hatten wir ja auch. Also da sind wir jetzt bei drei Rohren. Der Raum ähnelt wieder dem von gerade eben. Rechts ist ein Tisch mit einem Werkzeug drauf. Das hatte ich schon mitgenommen, ne? Das war diese Kurbel, die wir da bekommen haben. Diese holzerne Kurbel. Geht zum Kontrollpult und richtet die Hebel so aus, wie im Raum zuvor gesehen. Erster Hebel nach unten, vierter Hebel nach unten, vierter Hebel, zweiter Hebel nach oben und dritter Hebel nach oben. Genau. Jetzt gehen wir raus und in den Raum links am Ende. Nehmt eure Rohre, tragt sie an die linke Wand. Dort seht ihr Löcher in die Rohre passen. Sie werden automatisch befestigt. Jetzt lässt sich die zweite Brücke draußen runter senken. Ja, eben nicht. Das ist ja das Problem. Hier ist jetzt wahrscheinlich auch alles fest, oder? Steckt fest, genau. Die kann ich jetzt auch nicht mehr bewegen. Die sind fest eingerastet. Der sagt ja auch, die Rohre werden automatisch befestigt. Das heißt, selbst wenn ich, wenn ich wollte. Wow. Ernsthaft. Warte mal. Weil ich sah gerade, das eine Rohr war ein bisschen größer. Maybe. Oh Gott, wenn das jetzt die Lösung war, ey. Weil sonst haben wir nämlich alles. Was? Please. Sonst müssen wir noch mal was umstecken. Ne. Das macht auch nichts. Oh Gott, ey. Vor allem, er sagt halt, es wird automatisch befestigt, die ganzen Dinger. Stimmt ja auch so wieder nicht. Vielleicht muss ich das mittlere rausnehmen. Warte mal, vielleicht kann ich das... Ähm, dadurch wird nämlich die andere... Ähm, die andere Brücke abgesenkt. Durch diese Aktion. Naja, an dem Gas versuche ich ja vorbeizukommen. Dafür brauchen wir ja diesen Impfstoff. Impfstoff. Wofür ich die Brücke brauche. Den Impfstoff kriegen wir dann, wenn wir über die andere Brücke drüber sind. So kann ich... Warte mal, kann ich das mittlere Rohr rausnehmen? Warte mal. Nein, hörst du auf. Weil die beiden Rohre sind flach. Warte mal. Aber das ist so ein bisschen größer, das... Das passt hier gar nicht ran. Das passt hier gar nicht. Würde hier noch passen. Ja, das ist so ein bisschen kleiner. Weil so hatten wir es ja schon. Ernsthaft. 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 Okay, ich hätte die einfach nur so umsetzen müssen, dass es endlich... ...so blau leuchtet. Oh Gott. Und ich dachte, wir brauchen irgendwie vier Rohre. dieses Spiel manchmal. Ernsthaft. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Du mich auch. Oh Mann, ey. I hate it. Ja, ja. Lach du nur, Taros. Lach du nur. Mach's erst mal besser, mein Freund und Kupferstecher. Na, lacht da sich den Wolf hier. Sack hier sehr stark. So. In die ganz sympathische Leichenhalle geht's. Yay. Ja, Maddox, mach du auch noch mit. Ihr seid alle doof. Euch möchte ich mal sehen. Euch möchte ich mal sehen, ey. Seht ihr, Daniel? Es hat sich in den. Was? The Shadow. In As? For now. Come. Let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come. Let's get going. Okay. Hello. You süßen kleinen Toten. Good morning. Good morning. What happened? Why are all these dead? Where am I? What's happening? Help! Anybody! Help! Help! Ja, Taros, natürlich. Du hast es auch damals bestimmt besser gemacht und hattest bestimmt auch überhaupt keinen Schiss. Das glaube ich dir. Wir haben ein Kupfer und das Rohr. Ist das nicht wundervoll? Ja, wir haben es. Ja, wir haben es. Drei Tage jetzt. Das ist wundervoll. Warum hast du jemanden in diesem Raum? Hey! Anybody? Are you all alone here? Help! Help! I'm so tired. If I sleep, I'll wake from this night. If not, I pray my heavenly father will take me in my sleep. Ganz cool bleiben. Oh, Taros, ich habe jetzt gar nicht auf die Untertitel geguckt. Kann sein, die Übersetzungen sind ja sowieso hier sehr kreativ stellenweise. Holy crap. Na ja, Layla. Fürs Erste ist jetzt relativ, ne? Es gibt ja noch so viele schöne Horror-Spiele, die man spielen kann. Okay, wir haben ein dünnes, kupfernes Rohr. Ach Junge, jetzt muss ich mal den Schloss hier aufgenommen. Hallo. Na? Störe ich? Mir war der Anfang von Alan Wake zu gruselig und damit endete meine Karriere mit gruseligen Spielen. Tja, nun. Dann bin ich ja mal... Das wird dann auch nichts mehr mit dir und den Gruselspielen, wa? Das erste Playstation-Plus-Spiel ist Bugsnax? Oh, bitte nicht. Der Körper ist noch immer in der Totenstache und kann nicht älter als einen Tag sein. Haha, das macht das alles ja viel besser. What the fuck? Ich hab Penumbra vor Amnesia gespielt und hab mich nicht getraut weiterzuspielen. War bei Amnesia auch so. Hatte lange gebraucht, bis ich's durch hatte. Ach, man muss ja sagen, ich find's ja... Es hat eine tolle Stimmung. Ähm, ich mag die... Ja, mag die Stimmung und die Geräusche und so, das kommt schon ziemlich gut. Ähm, die Gegner oder der Gegner, wenn man sich da einmal drauf angestellt hat, dann stirbt man halt. Du wirst halt genau da wieder geladen, wo du gestorben bist. Also, vom Prinzip her ist es jetzt nicht schlimm. Also, von daher, wenn man jetzt den ganzen Level nochmal machen müsste oder so, äh, dann wär das vielleicht ein bisschen nerviger, aber ansonsten... Ja. Aber ich mag ihn, ich mag die Stimmung, ähm, von dem Spiel. Absolut gerne. Ich fürchte um Daniel. Er ist so leichtsinnig. Er ist vom sich nahenden Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er das akzeptieren können? Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welch Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss, wie Agrippa Mia? Ähm, Mittelerde, Schatten des Krieges war der zweite Teil, ne? Ja, ja, äh, Prospera, ich habe gesehen, ich mache erst mal die, 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 die Schubladen auf. Und dann lesen wir die Notizen hier. Das war dieser, das war dieser schlechte zweite mit ganz viel Grind am Ende. Ach, laut Ahnung, guten Tag. Hallo, jetzt, bitte. Äh, man merkt, dass das Spiel für die, ähm, für den PC ist, da kann man viel besser greifen. So, Seuchenausbruch. Die mysteriösen Todesfälle unter den Bediensteten und Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass die Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wurde, von einem eigenartigen, giftigen Pilz befallen ist. Wo wir ja den Impfstoff brauchen. Die Krankheit scheint extrem schnell in den Opfern ausgebrochen zu sein und sie breitet sich im ganzen Körper aus. Einige meiner Männer und ich selbst wurden glücklicherweise vor diesem Unheil verschont. Aber es ist klar, dass das Ganze mein weiteres Vorankommen verhindert. Die Gefangenen sterben schnell und ihre verschmutzte Lebensessenz hat nicht die Energie, die ich suche. Ich muss sofort anfangen, einen Impfstoff zu entwickeln. Aha, er ist dann derjenige, der diesen Impfstoff entwickelt hat. Aber so, Little Hope im Test. Am Ende wollten wir, dass alle sterben. Oh, oh. Da habe ich alle schon richtig Bock. Kratzt alle ab. Das wäre eigentlich eine gute Überschrift für Until Dawn gewesen, wo man so am Anfang dachte, boah, diese nervigen Teenager, ey, kratzt doch einfach alle ab. Das haben sie wohl ein wenig weggepatcht, weil ich fand das erste Mittelerde-Spiel, ich fand das schon ganz cool. Also, ja, warum nicht? Aber der zweite Teil, das war mir dann, nachdem ich das gelesen hatte, mit diesem ewigen Gegrinde. Ja, mal gucken. Wenn sie es jetzt ein bisschen rausgepatcht haben, dann passt das ja schon wieder. Impfstoffversuche. Der Impfstoff, der es meinen Männern ermöglicht, in der pilzverseuchten Kanalisation zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige der Bediensteten das Mittel erhalten, da sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mehr von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpften Blutes wirkt lange genug als Schutzschild, um die Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt zum Gefangenentransport. Okay, also... Ja, diese Playstation Plus Collection, da... Ich habe mir das durchgelesen, da habe ich eigentlich alles... Da habe ich eigentlich alles, was ich wollte, habe ich mir schon gekauft auch? Oder hatte ich schon? Ja. Ganz ehrlich, ich habe mir von Little Hope auch nicht... Äh... Nicht mehr... Äh... Erwartet. Ganz ehrlich. Also... Ich... Ich lasse mich überraschen. Wird... Ich will's haben. Fertig. Okay. Wie sie aber auch alle sehr günstig liegen, so dass man die Geschlechtsteile nicht sieht. Was macht die hier alle? Warte, dass sie aufstehen. What the fuck? Das ist alles ziemlich kranker Scheiß, aber... bringt mich jetzt hier auch nicht wirklich weiter, oder? Ich lasse mich überraschen. Von Little Hope. Im wahrsten Sinne. Was war das denn? Alter. Ihr seid aber schon ein bisschen krank, oder? Ähm... Ich weiß jetzt nur nicht, soll ich hier das Blut jetzt irgendwie mitnehmen, oder sind wir eigentlich einigermaßen gesund? Ja, einige Schnittwunden. Ah... Ah... Okay. Ich dachte jetzt, die beiden Türen bringen uns jetzt noch irgendwie weiter. Muss ich dich irgendwie aufschnibbeln? Vielleicht hast du ja den Impfstoff in dir. Kann ich dich mit dem Bohrer... Okay, ich hab ein dünnes, kupfernes Rohr. Schade. Alter! Ah! Lul! Holy shit, Freunde! Ähm... 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 Das Blut kann ich in das richtige Werkzeug... Äh... Gott. Etwas fehlt. Okay. Äh... Nein! Ach, ich wollte das doch bewegen. Alter! Okay, das ist jetzt aber ein bisschen lustig, ganz ehrlich. Alter! Ist das dumm! Oh mein Gott! Oh, das zischt! Was ist das? So. Gott. Ja, klar! Ich wusste, dass der jetzt natürlich da rein dödelt. äh... Ah ja, der Impfstoff ist wirklich gut. Oh, ich hatte schon die Vermutung, dass... Ähm... Naja, gut. Ich hatte schon die Vermutung, dass ich irgendwas mit den Leichen machen muss, weil es da hieß, der Impfstoff ist irgendwie im Blut. Oh, shit! Oh, fuck! Junge! Boy! Äh, nee, Prospera, ich glaube, das ist... das ist endgültig verloren. Und da gehe ich jetzt auch nicht nochmal rein, um diese Spritze zu holen. Ich glaube, dafür hatten wir halt diese... dieses Rohr und die Nadel dabei, um uns das zu basteln. Ich glaube, das brauchen wir auch nicht wieder. So, jetzt haben wir den Impfstoff. Jetzt können wir runter. Ist er wiss, Junge, ich fahr schon, Junge. Let's go! Inselkanalisation. Was soll schon passieren? Hallo! Nö? Oh Gott, bitte nicht wieder irgend so ein Viech hier. Danke. Ach, das ist da vorne. Ach so. Wir gehen einfach ganz leise. Wasser. So, was wollten wir hier eigentlich nochmal in der Kanalisation? Ich habe keine Ahnung. Die Maschine, oder? Ernsthaft, ist da jetzt schon wieder so ein Vieh mit im Wasser? Oder nicht? Das wird jetzt hier ein bisschen mies, finde ich. Okay, hier ist noch eine... Sind wir von hier gekommen? Nee. Das ist eine Leiter, die abgebrochen ist. Psycho-Pilze. Lecker-Pücho-Pilze. Das klingt nach Maschine. Okay. Seriously. Okay, hier sind wieder so drei Dingsis. Warte mal, hier ist eins, zwei. Was willst du mir denn wieder erzählen? Ähm. Die zwei Hebel steuern die laute Maschine. Ach. Was ist denn nicht mehr so weit? Ha. Okay, Hebel eins und zwei ist hier. Ups. Ach. Ja, Sleeping Dogs ist gerade im Angebot, aber wie gesagt, in der deutschen Version ist es die geschnittene Version und es ist nicht die Definitive Edition. Das heißt, da sind keine DLCs oder sowas dabei. Die DLCs habe ich jetzt auch komplett durch. War ganz nett. Für die Trophys habe ich es gemacht, aber es war schon ein bisschen beknackt. Vor allem dieser eine Albtraum in Northpoint. Alter, was ein Scheiß. gut, dann können wir jetzt eigentlich wieder zurück und in die andere Richtung mal gehen. Wir müssen die Maschine jetzt irgendwie einstellen. da sind wir hergekommen. Ist hier noch irgendwo was? Die Ratten fiepen so schön. Vielleicht liegt hier noch irgendwo was, aber sieht nicht so aus. ja, ja, muss ich stoppen. Okay, das sieht das Rohr scheint locker zu sein. Ich war es nicht. Ja, ja, du mich auch. Chill doch mal deine Base, Junge. Hilf. Yo. Ich möchte jetzt nicht wissen, wo wir das uns hingesteckt haben, aber okay. Wir haben ein Rohr. Das ist schön. Die Frage ist, wo ich das reinstopfen kann. Oder habe ich irgendwas zusammenbauen? Kann ich das nicht, oder? Nee. Kann nicht kombiniert werden. Also ich finde, die Rätsel haben stellenweise so ein bisschen was von Point-and-Click-Adventure. Ich hasse Point-and-Click-Adventure. Über das Wochenende kann man Sims 4 umsonst auf Steam gespielt werden. Jo. Und bei Epic gibt es jetzt Blair Witch kostenlos und Dingens hier. Ach, wie heißt es nochmal? Ihr wisst, was ich meine. was ist denn das zweite Spiel nochmal, was es jetzt bei Epic gerade kostenlos gibt? Blair Witch, haha. Ghostbusters, genau! Oh, Ghostbusters will ich hier auch noch spielen. Ghostbusters müssen wir spielen. Entschuldigung das muss, liebe Freunde. Müssen wir das irgendwie anhalten, dass wir dann... Au! Das war ja klar. Ich baller mir mal ein bisschen Gesundheit rein, oder? Äh... Gut, das war ja jetzt easy. Ja, die beiden Spiele habe ich mir nämlich auch schon gesichert. Bei Ghostbusters, das wollte ich sowieso noch spielen. Das ist so schlecht, dass es schon wieder gut ist. Gibt's, äh, gibt's aber auch für damals noch die PS3. Und da kam dann so ein Remake-mäßig was raus, auch für die PS4. Und ich weiß jetzt nicht, ich denke mal, die PC-Version basiert dann auf dem Remake-Gedöns, ne? Erst Ghostbusters in Rocket League, jetzt Ghostbusters Game 3, irgendwie mag Epic Ghostbusters. Bei der Epic-Version von Ghostbusters steht sogar drin, eine für den Epic-Store, ähm, optimierte Fassung oder irgendwie so was steht da auch drin. Ja, Leila, aber Hades ist doch so ein, ähm, ist das so, wo du auch so mehrere Runs machen musst und so. Ich hab mir das angeguckt, das ist nix für mich, das interessiert mich überhaupt nicht. Weil du musst dann da auch verschiedene Runs machen und, äh, das ist wieder so ein Spiel, wo du so viel wiederholen musst. Da hab ich keinen Bock drauf. Ne. Ne, das ist nicht, nicht, nicht meins. Ähm, Made of Scare hab ich auch auf meiner Wunschliste. Also Made of Scare will ich auch auf jeden Fall spielen. Ich hab, ich hab meine Wunschliste jetzt gescreenshottet auf dem, ähm, äh, auf der Playstation-App, bevor die da auch noch verschwindet. da hab ich nämlich noch diverse Sachen drauf gehabt. Überleg jetzt. Ich werd mir die Sachen, glaub ich, auf die Steam-Wunschliste packen und dann halt das zumindest irgendwie ein bisschen... hm. Ja, ja, ich weiß, Leyla, das, äh, hat ein Update bekommen und bevor bei diesem Update auch, wie gesagt, die Wunschliste verschwindet, hab ich das nochmal schnell alles runtergezogen. Was ist hier? Hier ist nun wieder dieses Atmen quasi. und ich glaub, dass die App richtig schick aussieht. Ich find ja auch, dass es, ähm, dass der Store eigentlich auch ganz hübsch aussieht, obwohl mir so ein bisschen die Übersichtlichkeit fehlt. Sie haben jetzt viel zu viel Platz für so ein Spiel, das im Fokus steht und da musst du erst runterscrollen oder suchen, um irgendwie so die Empfehlungen wieder, wieder zu kriegen. Das ist irgendwie doof. Also, hm, ja, schwierig. Was soll ich denn jetzt hier machen? Mama und Meißel? Äh, tschub, tschub, tschub. Leila, die App kann von mir das grau-schwarz sein, wenn ich da kein, wenn ich da keine Wunschliste hab, ist mir das völlig egal. Mann. Hier, Fressi. Oder auch nicht. Achso, man kann jetzt, konnte man nicht, äh, ich weiß, das ist ja diese Playstation-Messages gab es ja, was ich irgendwie so ein bisschen albern fand, dass sie da so zwei Apps draus gemacht haben. Okay. Cool. Ja, ich werde die mir mal anschauen. Mal gucken, wie sie jetzt aussieht. Aber ganz ehrlich, das mit der Wunschliste werde ich denen nicht so schnell vergeben. Das, das ist nur ein versperrtes Tor wurde von dieser Kreatur niedergerissen. Achso, okay. Jetzt kommt er aber hierher oder was? Arsch. Oh scheiße, der kommt hier wirklich hoch. Bleib raus. Fui, böser Junge. Gehst du weg? Gott. Nicht angucken. Alles gut, gut. Na ja, das sind bestimmt diese komischen Experimente, die hier rumlaufen. Ein paar sind kaputt, aber einige laufen hier noch rum. sehr schön. Hoffe ich. Ja, chill, Junge. Ha. Soll er vielleicht noch ein zweites Gitter niederreißen? Oder was ist hier Phase? Toll, da steht er noch rum. So, ich muss ihn wegkloppen. Oh shit. Du siehst mich nicht. Wo war der Junge? Oh shit. Oh shit. What the fuck? Ja lauf, du bist ja lustig. Bin auch gelaufen. Oder hätte ich in die andere Richtung laufen sollen? Hätte ich dann da runter laufen sollen. Äh, shit. Nicht jetzt. Ich hätte wahrscheinlich einfach gerade auslaufen sollen. Aber ich dachte, er kommt von vorne. Nee, Moment. Jetzt bin ich hier. Das ist ja jetzt nur völlig ballaballa. Na, The Crown habe ich auch. Da habe ich die erste Staffel geguckt. Mehr kenne ich da bisher noch gar nicht. Da ist, äh, wir halten dich sowieso für bekloppt. Von daher passt das schon. Wieso kaufst du dir Serious Sam für VR? Du bist jetzt der große VR-Fan oder was? So. Ist er jetzt hier? Oder ist er schon abgehauen? Okay. Ui. Der neue Staffel ist Jillian Anderson. Ja, ich weiß doch. Ich bin nochmal gespannt, wie sie den britischen Akzent hinbekommt. Weil sie als Amerikanerin spielt Margaret Thatcher? Ich weiß ja nicht. Ja, äh, toll. Und jetzt? Okay. Okay. Muss ja da unten für diese Maschine. Ich brauche da ja noch irgendeinen Hinweis, oder? Warte, ich habe jetzt einfach die Hebel irgendwo hingestellt. War das jetzt aus Versehen schon richtig oder was? Das ist so hell da oben. Das gefällt mir gar nicht. Ja, dass sie richtig gut aussieht, das glaube ich ja. Mir kommt es ja auf den Akzent an, dass sie auch den, den britischen, das britische Englisch, da bin ich, da bin ich eher gespannt drauf. Weil das sie gut aussieht? Das wissen wir ja alle. Ach du Scheiße. Oh, die gute Frau in Nössen. Das wird sich nicht. Sehr gut. Jede Tür, die sich nicht öffnet, ist eine gute Tür. Ach shit. Böse Tür. Und Fabian. Hallo. Ah, böse Tür. Alles böse Türen. Die öffnen. Die öffnen sich auch noch. Na, geil. Ah, okay. Okay, da haben wir wieder zwei Hebel. Ich freue mich. Eine Tunde Büsche. Und Fabian, kennst du nicht Serious Sam? Das ist so eine Schutter-Reihe. Also, da gibt es mehrere Spiele von. Ich habe da nie eins gespielt von, das ist schon irgendwie uralt. 9 August 1839. Ich kann nicht stoppen. Ich schweiz und schweiz. Der Warden-Ritual war nicht etwas von einer sanigen Geist. Ich habe sogar nicht gedacht, dass der Dungeon noch in Use war. Alexander hatte seine Servanten einen von den Prisonern bringen. Ein Mörderer, hat er mir gesagt. Alexander machte alle Arrangements, aber er sagte, dass ich das Ritual machen musste, um den richtigen Effekt zu haben. Der Schatten könnte durch das Blut eines anderen leden werden. Die Mördererung der Menschen würde uns precious Zeit geben. Was könnte ich noch machen? Alexander sagte, dass das gemacht hätte. Er schützt mein Leben. Ich habe nicht das Luxury des Argumenten. Okay, da war am Anfang aber der Ton jetzt scheiße. Den habe ich nur auf dem rechten Ohr gehört. Okay, Serious Sam ist nicht nur irgendein Shooter. Es ist ein sehr sinnfreier Shooter. Also so quasi Duke Nukem-mäßig. VR hat mich schon etwas gepackt. Ich habe gar keine Lust auf normale Games zurzeit. Das habe ich mich so in den Windows-Store geärgert. Um Subnautica in VR zu spielen, braucht man Mods. Da kann man aber nicht installieren, da man für den Zugriff auf das Gameverzeichnis ein griechischer Halbgott sein muss. Ja gut, vielleicht kannst du mal gratus fragen. Ein sind freier Shooter in VR. Ganz wichtig. VR macht alles besser. Genau wie Käse. I knew it. Huch. Äh nein. Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht. Wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschinerie. Na toll. Ich habe es ja nur Playstation VR. Irgendwann. Ja, ist ja auch nicht so ganz günstig. Und... Also mir kommt VR nicht ins Haus. Mich reizt es überhaupt nicht. Ich mag diesen Abstand hier zum... Mit Controller und einfach nur am Bildschirm spielen. Ich finde das sehr, sehr schön. Nennt mich verrückt, aber ich finde das sehr, sehr schön. Ich will das gar nicht anders haben. Ah geil, es passiert wieder irgendwas. Buh. Doch nicht. Wie langweilig. Ach, kommt keiner aus. Ach. Du willst mich verarschen. Da 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 da. Ähm. Serious ist ja immer so der Schuder, den wir auf LAN-Partys mal gespielt haben, wenn wir aufgrund von Alkohol oder Schlafmangel nichts anderes mehr hinbekommen haben. Okay. Naja, Fabian, was heißt denn hier Feige, wenn mir Kotz übel wird? Ähm. Das bringt doch nix. Was... Warum... Warum sollte ich ein Spiel spielen oder warum sollte ich VR spielen, wenn ich mich dabei übergebe? Ich glaube, das ist irgendwie nicht so ganz der Sinn, oder? Jetzt sag nicht, dann hast du noch nicht das richtige VR-Spiel gespielt. Ich will kein VR-Spiel spielen. Was ist denn da? Was ist denn da? Labor. Oh. Rap. Rap. Jetzt geht's rund. Nee, aber VR... Mich reizt daran halt überhaupt nichts. I really don't care. Nenn mich altmodisch. Hm. Sexy kick. Aber... Nö, das reizt mich halt einfach nicht. Oh Gott, der lebt ja noch. Nö. Next to me. Jaja, ich hab das schon verstanden. Aber ich bin noch nicht bescheuert und lass dich jetzt hier raus. Who's the switch? Ähm. Please. Ja, ich vertrag's nicht und ich will's halt auch nicht. Also, es interessiert mich halt überhaupt nicht. Ja. Also, wenn das nicht das Switch ist, dann will's ich auch nicht, Junge. Oh oh. Bitte. Are you among the lions, Danner? You want to stop, Alexander? Oh, my. So Babylon shall fall, you say. Hahahaha. Ich hab doch gar nichts gesagt. Hehehe. Alexander is toothless without a hole. He has one. That's... That's not very promising. The sector is basically a path. But I'll guess my hole. Es könnte sein, aber Alexander hat seine, ich meine, eine lange Zeit, vorhin schon. Wenn du die Wahrheit erzählst, bei allen Dingen, findest du die Pfeifen von der Barsche und wegzunehmen. Ich glaube, er benutzt sie jetzt für Torture. Sie praktisch verlebt werden, das ist ziemlich gut, ich verstehe. Es sollte sechs von ihnen sein. Schau mal auf die Kirche und die Tranceppe. Du solltest sie finden. Dieses Englisch ist sehr gut. Oder so. Es wird eine Kugel benötigt, um in das innere Heiligtum zu gelangen. Seine Bruchstücke liegen in den Folterräumen verteilt. Juhu! Da hab ich doch Bock drauf! Ich glaub nicht, dass du großartig laufen kannst, mein Freund. Das auch noch. Und äh... So viele von Alexander... Also... No Man's Sky oder überhaupt irgendwas mit... Weltraum ist ja auch so, damit kannst du mich überhaupt nicht locken. Das interessiert mich so null. Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz von einem Mann namens Johan Weyer. Ja... An was jetzt? Mr. Agrippa? Ich dachte immer, dass Agrippa... Er ist sehr beeindruckend. Er ist sehr beeindruckend. Aber er hat ein Wolf. Er hat ein Wolf. Er hat ein Wolf. Aber er hat ein Wolf. Er hat ein Wolf. Das muss nicht geöffnet werden. Gilt wahrscheinlich auch für das hier, ne? Ja. Eine schwere Tür blockiert den Weg. Natürlich. Ach du Scheiße! Ich denke, ich ke mache. oder andere kleine Scheiße. Ich bin früher, weil ich nur das sind an Nummer fünf bin. Ich bin jetzt vielleicht kinder Teil? Oder ich binbrigte? Ich bin sonst noch von Frankreich. Oh Gott, dieses Until Dawn-Spiel in VR, ey, da könntest du mich ja auch mitjagen. Hör auf, hör auf. No way. No way. Hör auf, hör auf. Hopp. Gummia, Mensch. So, wir sind von da gekommen. Ähm, naja, Firewall, ich fand das Spiel schon ganz nett, aber ich fand's schön, aber ich müsste jetzt nicht nochmal spielen, muss ich sagen. Ich würde mir halt höchstens nochmal angucken, ich weiß nicht, wie's mit den Trophys aussieht. Für die Trophys würde ich's vielleicht nochmal spielen, aber das war's dann auch schon. Ach, scheiße. Ach nee, nee, sorry, Firewatch. Meine ich. Dann hab ich's verwechselt. Vergiss, was ich gesagt hab. Ich rede von Firewatch, nicht Firewall. Ich hatte jetzt irgendwie Firewatch im Gedächtnis. Uh-oh. Ich bin sicher. Oh Gott. Mhm, 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 mhm. Ich will. Ah. Das ist gut. Oh, ja. Okay. Sorry. Oh, ja. Oh, ja. Was kann ein Mensch fallen so weit weg von einer civilisierten Existenz fallen? Sie sind alle wütendige Menschen, und ich erinnere mich immer noch immer. Aber ich bin dankbar für Gott, die diese Monster unserer Weg, denn sie werden als Instrument für meine Heilung. Ich habe versucht, die verschiedenen Tools in der Torture-Chamber, und lernen, wie sie effektivisch benutzen. Das letzte Mal war schrecklich, und der Effekt hat von meiner Inexperienz. Wenn die nächste Beobachtung eröffnet wird, werde ich bereit sein. Daniel, Daniel, Daniel. Ein Eimer Tier, was man halt so braucht, ne? Ja, Mist. Okay, uh. Da müssen wir aber sicher noch irgendwie rein, oder? Gucken wir mal. Guck jetzt erstmal hier so links-rechts, bevor ich jetzt hier wieder geradeaus weitergehe. Puste fix. Hallo? Okay, was haben wir hier? Immer wieder... Einen Schrieb. Die zerbrochene Kugel. Es ist alles verloren. Ich muss noch einmal von vorn beginnen. Seitdem ich die von Agrippa gefundene Kugel zurückgewonnen habe, hängen meine Forschungen von ihr ab. Der Vorfall mit Wilhelm hat mich sehr beunruhigt. Aus Angst, nicht genügend Gefangene zu haben, fuhr ich mit dem abschließenden Ritual ohne Überlegungen fort. Die Kugel ist gesprungen und in sechs Teile zerbrochen. Ich habe alles versucht, habe es aber noch nicht geschafft, sie zu reparieren. Ich werde eine andere finden müssen. Es sei denn, ich kann die zerbrochene Kugel irgendwie zusammensetzen. Es steckt noch immer Leben in den Teilen und selbst wenn die Kugel nicht wiederhergestellt wird, könnte ich immer noch ihre Macht für meine Zwecke nutzen. Und dann... Gutsnächtle, Fabian. Bis denne. Schlafen Sie. Schön. Ähm... Jahrhunderte sind schon vergangen, vergebens. Und ich beginne mich zu fragen, ob ich jemals meine große Liebe wiedersehen werde. Wie viel länger kann ich noch am Leben bleiben? So... Okay. Oh Gott, Groovy. Gott. Why? Das ist alles wieder so verzweigt. Ich werde mich hier nie wieder zurechtfinden. Okay, das scheint der Opferaltar zu sein hier. Oh crap. Das scheint hier der Platz zu sein, wo all die Action abgeht. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was da vorne ist. Moment. Ähm... Ne, da war die... Moment, wo sind wir jetzt durchgekommen? Äh, ich blicke hier nicht mehr durch. Da hinten, ne? Ich bin überfragt. Wo ist man jetzt hergekommen? Irgendwas? Nö. Okay. Ich glaube, das müssen wir erstmal abstellen. Der Sockel hat eine glatte... Ah, okay. Ich glaube, das müssen wir erstmal abstellen. Dafür brauchen wir dann die Kugel sicher. Der Sockel im Altar hat eine vertiefung, die in die Kugel passen könnte. Mhm. Okay. Also... Wenn wir die Kugel eingesetzt haben, kommen wir dann da wahrscheinlich durch. Also wir müssen jetzt erstmal die Teile für die Kugel finden. Und ähm... Frau Spera? Keine Ahnung, was das Feuer für eine... Ist wahrscheinlich irgend so eine alchemistische, zusammengeklöppelte... Dings. Okay. So, die war ja zu... Gott. Okay, das ist... Hauptschiff. Keine Ahnung... Ich sehe đã werkt Schmerle... So, to vamos... Hä neendre! Alles ruhig. Diese Schmerle sind zu lösen Menschen, die unterkpeutieren. Die Leute, die du senden, werden hier enden. Erinnern, dass die Verkaufung selbst funktioniert als eine Präambel zur Torturie. Und du solltest dich aufzunehmen. Keine Ahnung, bevor sie bereit sind. Entstanden. Die Geräusche von der Torturie-Chamber sind durch die Pfeife in der Köln. Manage deine Verkaufnahmen gut und lass einen Präziger zu einem Präziger instillen Terror in seinem Cell-Mate. Okay, wir haben Fleisch aufgenommen, what the fuck. Hm. Ein Äpfelchen. Okay. Ja gut, hier unten war ich auch schon drin. Die hab ich ja alle aufgemacht eigentlich. Hm. Puh. Na, Rox, dein Fernseher funzt wieder. Na siehste, alles wird gut. Puh, Wein gehabt, wa? Moment, wo waren wir jetzt? Gott. Äh. Ach nee, das war jetzt wieder hier. Ah, dammit. Okay, das ist Altar. Mist. Äh, ich bin gespannt. Weil hier jetzt alles zu finden, das wird bestimmt lustig. Ähm. 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 So, das war die schwere Tür. Sag mal. Du laberst jetzt einfach hier bis zu Tod umfelsen, war es den Sinne des Wortes, hm? Okay, ich habe... Fleisch. Ein hölzerner Eimer gefüllt mit klebrigem Teer. Ja. Hm. Hm? Find her! Schill, Junge. So, genau. Hier war einfach nur alles zu. Von da sind wir gekommen. Oh, nee. Da komme ich nicht rein. Oh Gott. Oh Gott, ich will den Hergrippe. Okay. Achso, ja. Rocks ist ja immer so, ne? Have you tried to turn it off and on again? Apropos. Okay, die ist kaputt. Muss ich da ein bisschen Öl draufkippen? Ein bisschen mit fleischigem Fett einschmieren. Ah, kann hierfür nicht verwendet werden. Schade. Hätte ja sein können. Nee. Okay, etwas funktioniert nicht. Ich habe ja jetzt hier nichts, wo ich eine Kurbel reinstecken könnte. Okay, da war das. Da war nix. Und die Tür ist put. Er sagt ja, was ich, was ich bei den Kugeln brauche, das ist alles in den Folterräumen verteilt. Die ganzen Dinger. Im Brunnen war eine Leiter? Welchen Brunnen? Da oben oder was? Oh, da aus dem Brunnen kannst du ja Discovery und Mandalorian schauen. Ooh. Nice. Mandalorian müsste ich ja auch mal schauen. Äh, Discovery, warte ich, wie gesagt. Bis, ähm, bis da alle Folgen da sind. Ähm, aus dem Brunnen sind wir herausgekommen, oder? Aus dem Brunnen sind wir rausgekommen. Das war dieser lange Aufstieg, den wir hatten. Die Leiter ist beim Aufstieg gebrochen, man kann nicht mehr zurückklettern. Ähm, da sind wir hergekommen. Okay, also in den Folterräumen. Ich weiß halt nicht, ob man, aber da kann man eigentlich nichts dran machen, ne? Ne, das war klar. Eine Scheibe frisches Fleisch. Und Thea. Hm. Oh, Junge. Halt doch einfach mal die Klappe. Okay. Na, hier gehen Rohre hin. Ich vermute mal, dass ich, wenn ich die Maschine wieder in Gang setze, dass sich dann die Dinger hier heben. Ähm, dass dafür vielleicht die beiden Hebel oben sind. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Ähm. Das ist mir die Frage, wo war ich noch nicht? Hier sind diese Folterräume. Warum gehen die eigentlich ständig zu? Kann so nicht arbeiten. Das sind ganzen Folterungen hier. Ähm. Der Gag ist halt, da war ja nichts drin, in dem Sinne. Das sind ja einfach nur die Zellen, wo die gefangen gehalten wurden. Hätte ich auch schon komplett durchgeguckt. Da ist wieder der Altar. Okay, wir müssen irgendwas mit dem, ähm. Mit dem Teer und dem Fleisch machen. Whatever it takes. Fleisch an die Tür hängen. Das funktioniert doch eigentlich immer. Das ist gar nicht, was ihr wollt. So. Fleisch könnten wir ja auf den Altar legen. Würde ich jetzt mal sagen, oder? Weil wenn da die Opferungen durchgeführt werden. Mann. Ich dachte, das wäre jetzt voll die Idee. Oder vielleicht hier. Hier vielleicht. Nee. Mist. Mann. Ist so ein bisschen Fleisch? Das gibt's auch nicht. Die Mann vielleicht. Na, ich weiß nicht, ob der was essen will. Wir können's probieren. Ich will ein bisschen was knabbern. Obwohl er ja eigentlich nur Infos wollte über... Ah, über Johann Weyer. Mal gucken. Vielleicht. Vielleicht funktioniert's ja, aber es ist nicht... You never know. Ich meine, wenn wir ihm das Stück Fleisch zwischen die Zähne klemmen, labert er vielleicht nicht mehr so viel. Au. Oh. Ich glaube, dem kann ich gar nichts geben. Agrippa braucht das nicht. Was ist ein bisschen Öl? Nope. Ich guck jetzt wieder nach, ganz ehrlich. Ich guck jetzt wieder nach, ganz ehrlich. Aber jetzt... Ich benutze all meine Straft, nur um zu leben. Mhm. Oh Gott. Warte mal, warte mal. So. Achso, nee, Quatsch. Doch, doch, ich muss hoch. Moment. Moment. Dann gucken wir mal. Gehen wir noch mal alles durch hier. Jogging ist gesund. na. So. Ich guck jetzt mal nach. Ähm. Na, Rox, wir sollen diesen Alexander von Brennenburg töten. Weil der Typ einfach nur Ballerballer ist. Moment. Hm, 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 hm. Ich gehe draußen nach links. Ich gehe da mit dem Wendteil auf. Da, 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 da. Hm, hm. Oh Gott. Ja gut, das ist wieder hier so ein Dings. Also, wir müssen, wir müssen halt diesem, diesem blöden Schloss entkommen. Wir haben unser Gedächtnis verloren, finden jetzt immer mehr Hinweise, was hier eigentlich abgegangen ist. Und dass dieser Alexander von Brennenburg irgendein böses Ritual mit irgendwelchen, äh, Edenäpfeln quasi hier abziehen will. Und, äh, wir müssen ihn töten und wollen das verhindern. Schnauze. Jetzt kommt der Gag. Äh. Hm. Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen basteln. Warte mal. Und ich empfehle dich, Kampo. Hahaha. Was, P.H., was? Was ist los? Sorry, aber das habe ich jetzt nachgelesen. Da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Äh. Ne, da brauche ich nochmal noch. Du bist ein guter Junge. Und ich empfehle dich, Kampo. Aber ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen basteln. Nicht fragen, nur wundern. Ah, Prospera. Nicht fragen, nur wundern. Ey, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. Ich gucke doch nicht nach oben, Freunde. Ich gucke doch jetzt wirklich nicht nach oben. Kann ich jetzt irgendwie hier hoch, bitte? Ich gucke doch nicht nach oben. Dammit. Ähm. Okay. Äh, an der Decke ist eine Klappe. Öffnet sie. Ihr bemerkt, dass sich nur ein Zahnrad bewegt. Okay, Moment. Ich gucke mich da irgendwie ran. Oh mein Gott. Alter. Ey, okay, da wäre ich jetzt echt nicht drauf gekommen. Holy shit. Ähm. Okay. Okay, so, wo waren jetzt noch mal die blöden Hebel? Weil jetzt muss ich... Jetzt haben wir diese Maschine repariert. Ähm. Die blöden Hebel waren da oben in dem anderen Raum. Ah, das ist... Oh Gott. Da wäre... Nee. Nein. Uff, Lauf! Das war so dämlich. Hier drin? Ja. Genau. Äh, schießt mich einfach, Leute. So. Jetzt sind nämlich die... ...Dinger unten auf. Na ja, das sagen sie alle. Nö, da ist immer noch zu. Ah, Gripper, mein Augenstern. Habe ich das nicht fein gemacht? Ja. Ja, man hätte... Ich weiß nicht, hätte man drauf kommen können, dadurch, dass die... ...verlaufen die Rohre hier irgendwie? Ja, boah, da wäre ich jetzt im Leben nicht drauf gekommen. So. Tore links, rechts, sind auf. Super. Habe ich voll Bock drauf. Ach, du Scheiße. Bringt wahrscheinlich nichts, weil es einfach nur ein... ...weign nämlich kein, äh... Oh Gott, ich habe eine Vermutung. Das war so klar. Ich werde nicht unterfreuen. Muss ich das jetzt wieder hochziehen? Das ist bestimmt nur noch der Knochen über. Ja. Wir haben ein Knochen erhalten. Ja, das ist echt wie so ein... ...wie so ein Pornklick-Ding. Die Reste aufgehoben. Okay. Damit haben wir jetzt... ...Knochen ist mit Schleim bedeckt. Den hier rein? Nee, kann nicht kombiniert werden. Hätte ja sein können, dass wir den irgendwie da reintauchen müssen. Mit Schleim bedeckter Knochen. Lecker. Querschiff. Querschiff. Ah, okay. Nee. Ich glaube nicht, dass ich das gut finde. Holy Crap. Haha, Mutti. Nicht gut. Ja, aber Daniel hat bei der Scheiße ja auch mitgemacht. Oh, Gott. Machen wir hier Licht an, damit ich weiß, dass ich hier war. Okay. Äh. Okay. Oh. Das ist irgendwie da dranhängig. Oh, die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihrem Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und ihr Körper folgte. Ihre Schultern gaben dem Gewicht ihres eigenen Körpers nach und knackten laut. Die aufgehängte Frau schrie hysterisch, als der Mann näher kam und zum nächsten Schritt überging. Ah. Stück einer Kugel. Okay. Ah, hier. Kann es drehen. Au. Au. Au Crap. Ist der still umgestürzt? Baaah. Naja. Wenn dann das Gewicht da dran hängt, da reißen dir wahrscheinlich die Arme ab. Könnte ich mir gut vorstellen. Baaah. 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 The cradle is ready. Good. You... you're a man. How can you partake in this? Is he alright? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. Da ist das Stück an der Kugel. Will ich wissen, was sie da gemacht haben? Okay, da sind jetzt also die Folterräume. Geil. Oh nee. Shit. Ist da wieder einer? Kann ich eigentlich... Oh Gott. Eine Pyramide. Cool. Apropos, kann ich die eigentlich schon irgendwie zusammensetzen? Sie bleiben nicht zusammen. Na, wahrscheinlich brauche ich erstmal alle. Oder mit dem Schleim die dann so einschleimen und dann zusammensetzen. Boah, da sägt irgendjemand. Gott, Leute. Boah. Alter. Leck mich. Ah, leck. In der Mitte durchgesägt. Und hier ist das nächste Teil. Der Vergewaltiger hing kopfüber. Seine Tränen verliefen mit dem Blut, das aus seinem Bauch floss. Die Säge zwischen seinen Beinen steckte in der Hüfte fest und ließ sich nicht weiter bewegen. Der Mann machte einen Schritt zurück und wartete, bis das Opfer verblutete. Ja, moin. Na, wahrscheinlich hätten wir die Spitze, die wir da in dem anderen Folterraum anfassen konnten. Wäre wahrscheinlich auch noch eine richtig geile Sache gewesen. Naja, Prospera ganz ehrlich, also ich finde, so hat keiner verdient zu sterben. Also, das ist wirklich, boah, das ist richtig mies. Ich guck mal, hier hatten wir ja diese Spitze nicht angefasst, damit es so richtig schön wird. Juhu! Der Brandstifter schrie, als er langsam gepfehlt wurde. Es war nicht schwierig, den Willen der Opfer zu brechen. Sie wollten, dass er stirbt, aber die Folter hatte einen größeren Effekt als erwartet. Es war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter, er war anders als die anderen. Sie werden ihn erneut vergessen lassen. Ah! Na, Prospera doch, also da habe ich, da habe ich schon Mitleid. Ja, Vergewaltigung ist schlimm etc. Aber, da ich gegen Todesstrafe bin, egal. Weil ich es besser finde, wenn derjenige lebt und im Leben dann noch gestraft wird. Und da leidet. Weil wenn er tot ist, was hast du dann davon? Dann ist er tot. Und ich finde, so eine Folter ist einfach nur übelst grausam. Ich hätte es dann lieber, wenn er im Leben richtig, richtig leidet. Eine Schnur. Oh, Text. Oh, Notizen zur Folter. Es sind einige wichtige Punkte über Folter anzumerken. Ich hatte angenommen, dass die Reaktionen der Opfer sehr unterschiedlich sein würden. Glücklicherweise ist das nicht der Fall. Alle Menschen gehen ähnlich mit körperlichen Schmerzen und der Angst vor dem Bevorstehenden um. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, die Opfer vor Beginn zu bändigen. Selbst das schüchternste Geschöpf kann in Gewalt ausbrechen und seine Stärke, die erwartete, weit übersteigen. Wurde der Willen des Opfers gebrochen, sollte dies allerdings kein Problem sein. Es hemmt jedoch auch den von mir gewünschten Effekt. Demnach sind folgende Schritte einzuhalten. Das Opfer fesseln, solange es noch benommen ist. Die Art der anzuwendenden Foltermethode zeigen und mit dem eigentlichen Folterakt beginnen. Das Vorzeigen der Foltermethode soll das Opfer in Schrecken versetzen. Der menschliche Verstand ist extrem effizient. Die bloße Vorstellung an das Bevorstehende versetzt das Opfer in noch größere Angst. Bei Zufügen der Schmerzen sollte zu großer Schaden vermieden werden, da die besten Resultate erzielt werden, wenn der Prozess aufrechterhalten wird. Außerdem sollten die Schmerzen in Dosen zugefügt werden, wenn möglich mit Pausen, damit sich der Körper beruhigen kann. Schlagen oder Schneiden des Opfers sollte einmal erfolgen, dann warten bis der Schmerz vorüber ist und dann wiederholt werden. Solange der Körper leidet, wird Lebensessenz produziert und das Blut mit ihren Eigenschaften gesättigt. Nur bei behutsamer Vorgehensweise wird der maximal gewünschte Effekt erzielt. Verhält sich das Opfer nicht wie erwartet, ist es wahrscheinlich, dass alles umsonst war. Um das zu vermeiden, ist Amnesie-Trank zu verabreichen und es später erneut zu versuchen. Das ist halt einfach nur krank. Da bist du genauso schlimm wie die Verbrecher, ey. Naja, Prospera, aber da muss man eben die Gesetze ändern. Ich finde es natürlich auch ungerecht. Der sollte dann sein Leben lang natürlich im Gefängnis schmoren und es sollte ihm richtig mies gehen. Das ist klar, also nichts mit irgendwie dann wieder freilassen und hast du nicht gesehen. Ähm, aber ich bin nicht dafür, Menschen umzubringen, weil sie irgendetwas getan haben, was böse war. Schlicht und ergreifend. Dann will ich lieber, dass sie wirklich im, äh, im Leben nochmal leiden. Und, was, ich? Was, ich? Ich nicht. Was? Was? Bist du es, meine Liebste, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ich weiß, was ich geworden bin. Ich bin nicht blind. Ich bin ein Monster für sie, ein dämonischer Sultan, der auf einen dunklen Berggipfel haust. Ich kann nur wenig tun, um mich selbst zu erlösen. Der schwarze Adler fürchtet mich und nach Napoleons Niederlage ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie meinen Kopf auf einer, auf einer Tablett präsentiert haben wollen, auf einem Tablett. Ich muss aus diesem Land fliehen. Dieses Mal muss es funktionieren. Wenn ich jetzt nicht zurückkehren kann, soll ich untergehen. Ne, mein Motto ist, füge niemandem etwas zu, was du nicht, äh, also, was du nicht auch selber zugefügt haben möchtest. So, ähm... Gut, können wir jetzt diese... Warte mal, eine starke Schnur aus Hanf. Kann ich die mit dem... Nein, jetzt hör doch mal auf hier. Äh, krieg ich die? Ne. Hm. Was hatten wir noch? Thea? Ah, okay. Ein geeigneter Arbeitsplatz ist erforderlich. Hm. Vielleicht dieser Altar? Oder so? Weil... Die Kugel könnte jetzt... Komplett sein. Vielleicht sollen wir die mit dem... Mit dem Thea dann irgendwie verbinden? Könnte ich mir vorstellen, dann mit der Schnur zusammenbinden? Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt mit der Schnur noch machen soll. Und dann nochmal ganz kurz gucken, Schnur mit... Kann nicht kombiniert werden. Okay, war ja nur ein Versuch. Ja, Werkbank, aber so eine wirkliche Werkbank hatten wir eigentlich jetzt... Ja. Ne? Äh, im Altar war ich schon. Aber ich muss ja noch auf die andere Seite, oder bringt das jetzt das Gleiche, oder was? Möbende mal. Die restlichen Kugelstücke können im Altarraum gefunden werden. Da waren wir ja auch schon. Aber... Ähm, naja, wir brauchen ja noch die restlichen Stücke. Ähm, von daher kann ich jetzt hier wahrscheinlich noch gar nichts machen. Aber wir haben ja hier die Ecke noch. Wir waren ja hier noch gar nicht. Hier sind doch bestimmt noch lustige Dinge. Ah, siehste? Sag ich doch. Äh, Agrippa beeinflusst Vaya. Vaya verspottet mich von der anderen Seite. Ich vertraute ihm den wahren Grund meiner Anstrengungen an, und dennoch besteht er darauf, dass ich Agrippa freilasse. Wie ein aufgeklärter und mächtiger Mann so wenig Mitgefühl zeigen kann, widert mich an. Ich kann mich nicht von Agrippa trennen. Er ist schon seit Jahrhunderten meine einzige Verbindung zu den jenseitigen Welten. Vaya behauptet, er versuche sein Bestes, um mich aus meiner Verbannung zu befreien. Ich müsse ihm aber zuerst Agrippa geben, damit auch er helfen kann. Wenn er mir den Erfolg garantieren könnte, würde ich ihm gern diesen Gefallen tun. Aber ich kann mich unmöglich von ihm trennen, wenn mir meine Rückkehr verweigert wird. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe ihren Schwindel gesehen. Optimismus ist ein hoffnungsloses Gefühl, aber ich darf ihn nicht verlieren. Ich muss seine Befreiung vorbereiten. Vaya sagte mir, dass ich Agrippa befreien könnte, ohne ihn zu töten, indem ich ihm ein Tonikum aus Lähmungsmittel, Lebensessenz und Tamta verabreichte. Was auch immer das ist. Äh, also Tamta ist wahrscheinlich diese giftigen Pilze, okay. Die giftigen Pilze sollten eine lähmende Wirkung haben. Dazu muss ich die innere Drüse eines großen Exemplares finden. Der Altarraum scheint für diese Sorte fruchtbarer Boden zu sein. Dann könnte ich seinen Inhalt mit dem entsprechenden Werkzeug extrahieren. Die Lebensessenz könnte wie gewöhnlich aus dem Blut jedes beliebigen gequälten menschlichen Opfers gewonnen werden. Wie immer halt, ne? Ich brauche nur eine große Menge, um es richtig zu destillieren. Ich muss daran denken, es bei der nächsten Folter zu gewinnen. Tamta hingegen dürfte etwas schwieriger sein. Ich glaube nicht, dass es in dieser Welt existiert. Schon alleine das Schreiben des Wortes mit diesen Buchstaben erscheint mir falsch. Ich glaube, es ist Bestandteil des Sekrets des wasserbewohnenden Kernk. Ah, deswegen brauchen wir den schleimigen Bums da. Ich muss mit Vaya darüber sprechen. Er muss mir einen Wirt zur Verfügung stellen. Auch eine gut präparierte Quelle sollte genug davon enthalten. Ah, vielleicht müssen wir dieses Zeug herstellen mit dem Sabber, dem Pilz und so, um den Vaya da zu befreien. Genau. Gucken wir mal. Ah, gotcha. Sag ich noch nicht, oder? Bei Hufe wirft man sich im Orden des Schwarzen Adlers gegenseitig seine politischen Vorstellungen zu, während ich ruhig da sitze, absichtlich vergessen. Ab und zu werde ich von einigen bemerkt und sie senken schweigend ihren Kopf, bis sie sich wieder in die Diskussion zuwenden. Sie alle wissen, ich bin der Alexander, der ihren Vätern und Großvätern half, diesen Orden zu gründen. Ich habe gesehen, wie sie die Plätze ihrer Väter eingenommen haben. Und auch sie werden älter und dahin scheiden, während ich dasselbe bleibe. Nicht durch die Zeit gealtert, sondern durch Qualen. Juhu. Schlaudanum. 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 Ach so, da müssen wir eh rein. Das ist jetzt der Altarraum. Okay. Also bräuchte ich jetzt noch die Pilze. Diesen komischen Sabber haben wir. Und halt diese Lebensessenz. Von dem die da immer reden. Nachdem die Männer den Gefangenen gefesselt hatten, konnte das Ritual beginnen. Geil. Geil. Gib mir diese Zunderbüchse. Holy crap Freunde. Was zur Hölle macht ihr hier bitte? Hilfe. Oh! Oh! Ja super! Alter! Kurz, Nächtle! Für einen anderen. Du hörst mich? Guardian of the All? I did all this! For you! Now, once more! Withdraw your shadow from my domain! Yummy! Lecker! Die Tür ist wieder auf. Ich kann hier noch nicht mehr ins Inventar gehen oder so. Alexander. There isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Okay. Hab ich davon jetzt irgendwas bekommen? Nö. Alter! Äh! Ich hab... Hm. Ich bräuchte ja eigentlich noch das Blut. Ich hab kein Messer. Hätte sein können. Anitta. Okay, mit der Tagraum-Haupt-Halle. Oh Gott. Ich freu mich. Oh fuck. Ach du scheiße. Es war deinem, aber jetzt hast du nur die Revenz. Wie hast du deine Angst? Ist es für den größten Glauben? Ist es für die Welt ein Service? Es ist du, der hat all diese Angst und Todes. Wenn du dein Geist und du sie in die Orbe verabschiedst hast, wenn du es erst einmal herausfühst hast, würde das nicht passieren würden. Es ist die curiosität, die deine Selbstmordung haben, Das wird uns beide töten. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Verschmerzend fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Hup, sieh! Ihnen läuft da das Auge aus! Ja, moin. Stück einer Kugel, okay. Ach komm, geh hoch Noch ein Knochen Na, take it Hallo Pff, holy crap, ey Ihr habt doch nicht mehr alle Lattern am Zaun Oh Gott Da geht's ja runter Holy shit, Freunde Das ist ne Brücke Mal gucken, wir sind aber schon hier recht außen, weit außen hergekommen No Oh fuck Oh shit Geh ich halt wieder raus Einmal raus und wieder rein Scheint ja meistens Weil hier raus folgt der mir nicht Das ist eigentlich recht einfach Mal gucken, ob er jetzt schon wieder verschwunden ist Haben wir ihn ausgetrickst Die Tweet tricks you out Oh shit Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo eine Tür haben. Okay. Ach du Scheiße, ist das riesig. Oh. Nöfe. Er will nur spielen, Prospera. Oh. Alter, hier sind alle so krank. Guck, ey. Gott sagen, das ist doch ein Stück. Fui. Ja, da liegt der Riesenhammer. Die Gliedmaßen des Mörders wurden an die Radspeichen gebunden. Sie drehten das Rad bewusst langsam, damit sich das Pfeilseil fest um seine Beine legte, bis die Knochen knackten. Er hatte nicht mehr die Kraft zum Schreien. Die beiden Männer nickten sich zu, nahmen einen Hammer und schlugen damit in einem letzten Akt der Gnade auf den Oberkörper des Opfers ein. Alter. Ja, und ich spiele den Kranken auch noch. Wie viele Diener brauchen wir eigentlich Teile? Boah, ich blicke jetzt aber hier echt auch nicht mehr durch, wo ich schon war. Ja, 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 dumm, ja. Ah, crap. Nee, hier kann ich aber nicht rüber, ne? Nee, das ist nicht so geplant. Okay, hier war Ende Gelände. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich schon war, ey. Ich hab keinen Pfeil. Oh shit. Oh god. Fuck. Hallo. Kommst hier nicht durch, ne? Scheiß Bug. Ähm. Ja, scheiße. Ach komm, hau ab. Du siehst mich gar nicht. Ich bin gleich da. Ich würde jetzt an dir vorbeirenden, aber das macht es jetzt auch nicht irgendwie besser. Ich würde sagen, eigentlich muss ich da auch... Ah nee, da ist es gar keine Leiter. Ja, super. Guck dich gar nicht an. Hm. Das ist jetzt irgendwie doof, mein Freund. Ja gut, du musst mich töten, ne? Das bringt nichts. Okay, musst du doch nicht. Musst du. Okay. Was? Lauf nicht? Ja, was nu? Dip. Ah, crap. So, jetzt bin ich aber wieder hier. Altarraum Eingang. So, ich war hier drüber. Dann ist ja hier noch ne... Brücke. Wenn ich schleiche, dürfte er mich eigentlich nicht hören, aber... Vielleicht... War ich jetzt hier auch gerade schon? Ach komm! Laufen ohne zu laufen, du musst. Sie sind nah. Ach, wirklich. Der mit. Das Problem ist, der ist halt irgendwo da vorne. Oh. Ein bisschen Licht muss ich anmachen, damit ich nicht so ganz gaga gehe. Ich bin schon mal da. Vorne. Ich weiß halt jetzt echt nicht mehr, wo ich war. Also die Tür ist auf jeden Fall schon mal auf. War ich da jetzt schon? Ja. Da war das Rad. Okay, dann bin ich da schon einmal rumgelaufen. Ich bin hier wieder in der Ecke gelandet. Oh Gott, dang it. Ja gut, dann sterb ich halt wieder, ne? Oh, da ist er. Das ist die Frage, ich glaube, wir brauchen sechs... Ähm... Dinger, oder? Steht da nicht mehr drin? Ja, ich mag die Ecke sehr gerne. Also, ich würde sagen, uns fehlt noch eine. Scheiße, der ist ja da immer noch. Ja, ach, da war ich nochmal zu treffen, ey. Ich meine, es werden... Weil wir haben... Wir haben drei in dem einen Gebiet gefunden. Ich nehme mal stark an, dass wir jetzt noch drei hier finden müssen. Und ich glaube, wenn wir hier drüber gehen... Weil hier hinten waren wir, da kommen wir auch sonst nirgends hin. Da war nur die eine Tür. Das heißt... Ich denke mal, wenn wir da hinten über die Brücke gehen, dann läuft man eh so eine... So eine Ecke rum, hier. Ach, Junge. Ja, jetzt auch wieder rum, hier. Was sieht denn halt so doof? Ach, scheiße, jetzt läuft der natürlich genau dahin, wo ich hinwollte. Ah, fuck it. Oh. Ah, perfekt. Weil... Weil die Türen können ja nur hier in den Ecken sein. Rutsch mal so rum, ne? Hier vorne waren wir schon... Ja, das ist wieder hier, wo wir waren. Wenn man über die Brücke geht, dann kommst du halt auch da rum. Okay. Da bin ich da vorne nicht auch schon rumgegangen, da rechts. Wo der jetzt reingegangen ist. Ich weiß nicht, ob mir das noch irgendwie angezeigt wird. Wenn ich alles habe. Hm. Nee, jetzt sind wir hier wieder an der Ecke. Hier komme ich ja nirgends hin. Da lag noch was. Puh. Oh. Aber wenigstens scheint das keine Dunkelheit zu sein, die uns wahnsinnig macht. Also... Vom Prinzip her alles supi. Gucken wir irgendwie an der Seite noch eine... Von da bin ich gekommen. Orientierung ist halt hier auch echt übel. Da ist die Brücke. Ich meine, vielleicht habe ich auch schon alle. Alle Räume jetzt hier. Ich würde denken, es fehlt noch ein Stück. Irgendwie. Schwierig, 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 schwierig. Da geht es nur wieder da hinten rum, wo ich schon war. Wetten? Da ist wieder die... Genau. Da war ich drin. Ich denke. Die Tür ist offen, ja. Daran sieht man es wenigstens. Nö, dann... Ich habe aber eigentlich komplett rumgelatscht, oder? Nur ich hatte noch nicht diesen Flash. So von wegen, du hast jetzt alle gefunden. Aber vielleicht, wenn ich zu ihm zurückgehe. Ob er noch irgendwas sagt. Auf dem Weg, nein, du hast noch nicht alle. Das wäre dann schon mal ganz hilfreich. Wenn er sich da irgendwie äußern würde, der Herr von und zu Agrippa. Weil hier ist halt keine Tür mehr. Wenn man hier ruhig läuft, hat man eigentlich auch Ruhe vor dem Typen. Schleiche jetzt halt hier die ganze Zeit. Ich gehe mal raus und versuche mal, mit Agrippa zu sprechen. Aber... Aber wir hatten doch hier auch drei Räume, oder? Habe ich in jedem Raum eine... ein Kugelstück gefunden? Weil da war das mit dem Rad. Warte mal. Hm. Hatten wir nicht... Da hatten wir nur zwei Räume hier jetzt. Der eine war da hinten. Da laufe ich jetzt immer noch mal hin. Und Roxy, gut's nicht, leh. Schlafen Sie schön. Bye, bye. So, warte mal. Was hatten wir denn hier? Da war die eiserne Jungfrau. Ähm... Da war ein Stück. Aber vielleicht habe ich hier noch eins übersehen. Wir sind mal in einem Raum zwei. Also hier war eins, was ich eingesammelt habe. Oder hatten wir nur zwei... Zwei Räume hier bisher. Dann war der andere da hinten in der Ecke. Weil hier war auf jeden Fall nichts drin. Ich weiß nicht mehr, wo... wo dieses Ding war. Hier war ein Laudanum. Ich glaube, da hinten in der Ecke... war das Teil... Ähm... Hm. Nee, kann ja sein, dass wir hier nur zwei... ...zwei Räume hatten. Meine, wir hätten drei gehabt, aber... Dadurch, dass ich da jetzt so oft geflohen bin... War das jetzt etwas... ...verwirrend. Äh. Mal gerade. So, ich gucke jetzt nur noch mal gerade kurz. Hier dürfte ich ja relativ sicher sein. Haha. Hm, mhm, mhm. Okay. Genau, das ist der Altarraum-Haupthalle. Das wollte ich jetzt noch mal genau wissen. Ähm. Ah. Warte mal. Genau, die habe ich. Er beschreibt das als Sakrophag, die eiserne Jungfrona. Ich weiß ja nicht. Das Rad genau haben wir. Ja. Ah, okay. Äh. Prospera-Taros geht noch nicht. Taros hat nur Rox eine gute Nacht gewünscht. Okay. Wir waren nämlich doch richtig. Ich dachte mir schon, dass es hier noch ein drittes Teil geht. Okay. Ich bin noch ein drittes Teil. Ich bin noch nicht. Ich bin noch ein drittes Teil. Weil da hinten, wo diese ungestürzte Säule ist, da waren wir schon nicht verkehrt. Ich hatte ja auch schon mir gedacht, dass ich darüber muss und so ist es auch. Muss ich das nur wieder finden. So kompliziert ist es hier gar nicht aufgebaut, muss man sagen. Jetzt geh. Ich muss jetzt nur wieder diese ungestürzte Säule finden. Nur das war der... Wo war das denn? War doch da hinten irgendwo. Wo war das blöde Ding? Wo war diese ungestürzte Säule? Die da hinten? Äh, Prospera, nee, das Rohr kann ich noch mit nichts benutzen. Ich muss jetzt erstmal über diese ungestürzte Säule, die ich... Ja... Nee, da war doch so eine Säule, die über den... Mist, wo war die denn? Gibt's auch nicht, wo ich mich... Siehste, jetzt bräuchte ich diese ungestürzte Säule, wo ich mich vor dem Typen versteckt hatte. Da müsste ich nämlich über den Abgrund drüber. Dang it. Äh, das gibt's doch nicht. Moment. Ah, shit. Hast du mich jetzt gesehen? Oh, Gott. Das war knapp. Ah, das ist da hinten. Könnte nämlich auch sein. Da war die Brücke. Blablabla. Ja, komm. Mist. Ja, jetzt bin ich ja wieder hier. Warte mal, war das jetzt das Ding mit dem Rad oder mit dem... Was tue jetzt noch mal? Warst du das Rad oder warst du der Sakrophag, beziehungsweise der... Ja, seine jungen Frau. Du warst das Rad. Okay, guter Rad ist teuer. Genau. Verlasst die Folterkammer, betretet die Halle, duckt euch gleich nach rechts, immer an der Wand lang. Ihr erreicht das Ende der Wand und seht einen ungestützten Pfeiler. So, war ich da hinten doch richtig oder war blind? Weil das war jetzt eigentlich auch mein... Mein Ding, immer hier rechts an der Wand lang. Oh, wow, da ist er doch. Ja, dich habe ich gesucht. Also. Aber wie komme ich denn jetzt auf den drauf? Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Ja, ja, ich versuche jetzt erst mal hier drauf zu kommen, aber das geht genauso gut. Nämlich gar nicht. Und dann da rüber. Aber er kann halt auch nicht klettern, weißt du? Oh, ich will doch nicht so laut sein. Na gut. Dann mach mal was mit Anlauf. Okay. Äh, Prospera, das ist keine Leiter. Das ist so ein... Du meinst wahrscheinlich das hier. Das ist so ein Käfig. Das ist keine Leiter. Moment. Oh. Ah, Moment, Moment. Ich glaube, du bist das, was ich brauche, ne? Ja, moin. Ah, Giftdrüse. Sehr schön. Oh, Gott. Die heilige Kuh, oder was? Die heilige Milka. Der Verräter wusste nicht, was er von dem Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie halten in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den bronzenden Bullen brüllen hören. Bah. Bah. Ist da quasi drin gekocht hier. Ah, ist hier die Kugel? Nein. Boah. Einmal am Schwanz ziehen. Ähm. Okay. Ah da. Moment. Ey. Ist ja. So. Stück einer Kugel. So. Okay, man könnte hier sogar... Ja, ich könnte sogar ein Feuer entzünden, aber das lasse ich mal. Ich gehe jetzt erstmal... Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht sterbe. Ich muss nämlich mal ganz kurz auf Toilette. Bis gleich. Ich glaube, ich mache besser Pause. Wer weiß. Okay. Ich erlede mich mal ganz kurz. Und dann gone. Ich gehe vielleicht weiter. Nein. 10 tool...! Als食べ z Vloggerent zu throwCI. Einfach das aber auch gutес khist. Anker related. Ich natürlich... Noch dass. Aber so noch fois... ... ist M�� Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Freunde, da bin ich wieder zurück. Und es kann weitergehen. Juhu. So, damit dürften wir aber halt jetzt echt alles haben. So. Danke, Taurus, danke. Ach so, das war hier an dem Stein. Ach, wie doof. 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 Ja, so spät trinkst du noch einen Energydrink, ist aber ganz schlecht, um zu schlafen. Ich habe meine Mut. Zitronen. Das ist ein Limo. Von da her alles gut. Halleluja, we did it. Okay. 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 Wir sind raus. Wir sind raus. Ich glaube, wir haben alles. So. zu viel. Zu viel oder zu früh angefangen zu trinken. Okay. 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 Und. Okay. Du spGERst du imação. will Ja, okay. Ähm, okay, Moment. So, warte mal, mir fehlt noch was. Glaube ich, oder? Oh, ich glaube, das ist alles ganz gut. So. Fähnchen mit Anis, okay. Okay. Lass, listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another well. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate then. Please, find the ingredients that have on it via this climb, and do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save me. O quezo. I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for a long time. Naja, das Problem ist, uns fehlt hier noch ein. Wir haben die Giftdrüse und wir haben den Knochen, ne? Fehlt uns aber noch Blut. Okay, das ist aber normal, dass das noch fehlt. Oh nee. Hm. 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 Ah, okay, warte mal. Hä? Oh, nein. Okay. 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 Ah, Moment. Wir müssen kurz nochmal ins Querschiff. Ähm... War das da vorne? Oh Gott. Nee, das ist Altar. Moment. Und Merix, willkommen zurück! Äh... Moment, Moment, Moment. Hm, thank you! Mist, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich genau hin muss. Ah, nee, warte mal, das Querschiff war links rein, oder? Moment, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Was war? Was war? Das war ja auf der anderen Seite rein. Das war ja auf der anderen Seite rein. Gott, das ist mir viel zu verwinkelt, ja. Das war doch hier, ne? Junge, lauf. Ach so, Moment. Äh, doch, wir müssen erstmal hier rein. Da war das Querschiff, oder? Ja, danke. Okay. 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 Jetzt muss ich mal gucken, in einem dieser Räume müsste ich noch das Blut kriegen. Was ist hier? So, warte mal. Du, du, jetzt wird's lecker. So. Damit haben wir nämlich jetzt alle Zutaten für den blöden Trank. Für Agrippa. Juhu. Hey, 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 hey. Okay. So, ich kann, aber die Sachen kann ich nicht ver... Ups. Entschuldigung. Die Sachen kann ich ja so nicht vermischen, nein. Die Tanz muss erst gereinigt werden. Gut, jetzt müssen wir wieder zum Altar. Okay. So. Hilfe. Hilfe. Ah, crap. Ihr mich auch. Was ist da da? Das gehört aber zur Stimmung. Sorry. Keine Angst. Hallo. Das ist gut. Okay. Die Tür ist verschlossen. Oh, oh. Ah, Moment. Okay, wir wurden gefangen genommen. Die Zellentür ist abgeschlossen. Finde einen anderen Ausweg. Aber hier kann ich doch jetzt vielleicht... Warte mal. Nee. Ja, ein bisschen Hammer und Meißeln? Nein? Okay. Dann halt nicht. Äh... Okay, Anna. Komm her. Wollt ihr irgendwas machen? Na ja, Prospera. Frag einfach. Äh... Wollt ihr da irgendwas machen? Witzigerweise haben die uns ja alle... Ähm... Unsere... Inventar gelassen. Äh... Den Stuhl habe ich bei... Äh... Amazon gekauft. Ganz normal. Den gibt's bei Amazon. Wenn du noch DX Racer guckst... Findest du den da? Na? Na? Ah. Hallo? Ah. Hab dich. Okay. Okay. Muss ich doch... Eisenstange. Ist ja irgendwas, weil ich es kaputt schlagen kann? What? Ey! Was rumzuschmaddeln hier, Junge? Ähm... Toll. Was mach ich jetzt mit der Eisenstange? Kann ich hier mit irgendwas verbinden? Hm... Na ja, Prospera, vom Prinzip her... Muss es noch nicht mal so einer sein. Also egal was für einen... Gaming-Stuhl du dir im Prinzip holst. Ob das jetzt dieser DX Racer oder sonst irgendeiner ist, der so ähnlich aussieht... Die halten eigentlich alle ganz gut. Also... Vom Prinzip her sind die alle gut. Hmm... Ist hier irgendwo... Ah! Ah... Da... Geil. Hab ich die jetzt schon kaputt gemacht? Ach so, die ist hier. Ah, super. Kann ich die wieder mitnehmen? Ja, cool. Ah... Ist sie. Hier vielleicht offen? Ha-ha! Hi-hi! Ho-ho! Ist hier vielleicht offen? Okay. Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln? Ja, siehste mal. Ein Zettelchen. Letzte Notiz des Gefangenen. Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Ich schreibe nur, um mich nicht noch einmal an die Geschehnisse der letzten Tage erinnern zu müssen. Wenn ich Glück habe, schlafe ich ein und die Zeit wird mühelos vergehen. Ich habe begonnen, mich von meinem Gefängnis zu entwöhnen. Als ich hierher kam, fühlte ich mich zuerst wie in einem Grab. Aber jetzt fühle ich, dass mir diese Wände Trost spenden. Solange ich hier drin bin, fühle ich keinen Schmerz. Die Wände schützen mich vor dem, was draußen geschieht. Ich habe sogar gelacht, als einer der Wärter seinen Schlüssel auf die Rohre fallen ließ. Es gab mir eine Sekunde lang die Hoffnung, dass ich hier rauskommen könnte, wenn ich ihn nur von hier aus erreichen könnte. In meinen Träumen, Alexander, bin ich König. In meinen Träumen besiege ich dich und entgehe deinen Klauen. Ich kehre mich allen Rittern des Reiches zurück. Was? Ich kehre mit allen Rittern des Reiches zurück, oder? Und sie tragen Pistolen und Säbel in meinen Träumen. In meinen Träumen. Huch! Mutti! Hier ist dunkel. Holy Shit! Ein nackter Mann! Na, das kann ich jetzt aber nicht mehr rausschneiden. Ich könnte nur das hier noch bewegen, ne? Ich kann ihn jetzt nicht anfassen, irgendwelche Dinge tun. Na komm hier. Okay. Oh! Den können wir sogar mitnehmen. Den hölzernen Eimer. Okay. Den können wir sogar mitnehmen. Okay. Das war unsere Zelle. Das ist abgeschlossen, das auch noch. Ja, moin. So, so langsam habe ich keinen Platz mehr, Freunde. Finde einen Schlüssel, um die Tür zu öffnen, das in diesem Bereich herausführt. Ähm. Der eine hat doch gesagt, der Wärter hat den Schlüssel auf die Rohre fallen lassen, irgendwie sowas. Oh, nein. Okay, das ist das Maximum. Na. Äh. Kann ich da den Eimer dran machen? Ja, ich sehe sie. Na. Jetzt nimm den scheiß Eimer, Junge. Wasser einmal aufgehoben. Okay. Jetzt haben wir einen Eimer mit Wasser gefüllt. Sehr schön. Ich freue mich. So. Im Rohr ist ein Schlüssel, aber man kann ihn nicht erreichen. Ja, Wasser rein kippen, ne? Da oben rein. Oh, wow. Ernsthaft? Krass. Gut hier. Boah, ich bin so klug, Freunde. K-L-U-K. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich sollte vielleicht rennen, oder? Das nicht. Oh, fuck. So, jetzt sind wir im Hauptschiff. Oh Gott. Okay, okay, okay. Uff. Oha. Eh, ein Text. Was? Ich wollte nur den Text lesen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm, sympathisch. Sympathisch! 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 Na, kam schon, laden Sie bitte jetzt. Aber was haben wir denn da aufgehoben? Kann ich das noch lesen? Ist das ein Tagebuch oder Notiz? Nö. Besuch? Okay. Oh, jetzt schon wieder der Schmodder hier. Okay, wo muss ich jetzt nochmal lang? War das hier? Okay. Waren doch da lang. Oder auch nicht. Ach komm schon, jetzt nimm doch die Scheiß. Alter. Ich kann mich nicht bewegen. Uff. Blöden. Ding hier. Okay. Okay. Okay, hier ist alles im Arsch. What the fuck? Okay, muss ich jetzt irgendwie, aber... Äh, Quatsch, ähm... Okay, Substanz muss erst gereinigt werden. Mit Wasser? Sollte nicht in den Schacht hinabgeworfen werden. Okay. Ähm... Da komm ich? Da komm ich nicht durch, ne? Ah, fuck you, Mann. Okay, gut. Okay, gut. So, ich hoffe, dass bei Gripper noch ein bisschen Licht ist. Nervt mich nicht. Junge. Ah, jetzt ist hier offen. Das ist eigentlich Laboratorium. Ah, genau. Sehr gut. Weil hier muss ich doch bestimmt den Scheiß zusammenmischen. Ah, guck mal. So, was haben wir denn hier? Okay. Ach, come on. So, kann ich mal diesen Blütenstuhl hier wegmachen. So. Gub. Ähm... Okay. Kann ich jetzt vielleicht das Blut hier draufstellen und reinigen? Okay, das sieht doch gut aus. Aufgenommenes Totikum noch nicht vollständig. So weit bin ich auch schon. Was können wir denn noch machen? Ähm... Diese... Drüse eines giftigen Pilzes. Was macht das hier? Hitze strömt aus dem Fach. Das hier rein? Der Hitze in der Drüse wird nicht helfen. Ah, okay. Ah, okay. Okay, wenn man weiß, was ist so ein bisschen passender Behälter bereitsteht. Ach so. Ja klar. Moment. Dann können wir ihn da drunter stellen und dann dieser Schmodder da rein. Mhhh, lecker. Okay. Das war das. Dann... Die kann ich wahrscheinlich nicht einfach da rein machen, ne? Nein. Okay. Ich muss jetzt da... Da kann ich doch bestimmt zerquetschen. Warte mal. Huch, nein, nein, nein. Das wollte ich gar nicht. Da rein? Ja. Ach so. Ja. Ja. Meine Güte. Ja, wie soll ich das denn? Hier so? Na gut. Ein bisschen runter. So. Okay. Wir haben Vyjas Tonikum. Sehr gut. Dann können wir weiter zu Agribar. Hütschma Saren, ne? Ja, da war ich schon. Um. Was? Ja. Oh Gott. Äh, ich hab ja noch nicht meine... Was? Bitte was? Säge? Äh... Problem ist, ich hab keine... Ich hab keine Säge. Oder? Okay. Ja, ist absolut crazy, der Typ. Ist hier vielleicht... Oh Gott. Ähm... Au! Alter. Da ist ein Säge. Das wird jetzt bestimmt sehr lecker. Das wird alles super lecker. Uh, uh. Ähm. Wir haben... Agribas Kopf. Wow. Okay, da ist alles kaputt, ne? Oder muss ich jetzt... Ja, da ist alles zu. Wo hielt's auf? Ah, Moment. Okay, Moment. Ja, Taurus, ne? Ja, Taurus, ne? Lecker, ne? Das hat doch was. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Das ist alles super lecker. Ja. Ja, siehste, hier ist jetzt auch komplett der Altar zusammengestürzt. Ähm... Ähm... Ach, ne. Da ist ja noch einer. Komm, Junge, zisch ab. Ach, ne. Da ist ja noch einer. Komm, Junge, zisch ab. Au. Willst du dein Zimmern, Freund? Ach ja, jetzt... Fockt der mir natürlich hier, ey. Arsch. Dann gehen wir mal kurz raus und wieder rein. Dann gehen wir mal kurz raus und wieder rein. mal kurz raus. So, mein Freund. So, Mr. Mutant, sind sie weg? Sieht so aus. Well, well, well. In ihr Bettgestell. Okay. Au. Kommt da jemand? So, ist irgendwas abgesplittert, was ich brauchen kann? Nö, ne? Muss ich den Schmodder eigentlich noch irgendwie einsammeln? Nö, ne? Das Glas haben wir jetzt. Ist weg. So. So. Jetzt auch noch gucken, wie ich diese... ...diese Kugel zusammensetze. Äh, äh. Natürlich. Na, geht da raus. Dann sag ich schon mal gut's Nächtle. Ich mein, wie bastel ich das jetzt zusammen? Bleiben nicht zusammen. Ich hab auch noch diese Kurbel, die ich für nix benutzt hab, irgendwie. Okay. Ich guck jetzt noch mal nach. Ach so. Ach so. Aha. Ach so, warte mal. Äh. Ah. Ach, der soll da rein. Ich bin ein Restaurator, meine Freunde. Windows 10 hat die Version 2004 runtergeladen, na dann viel Glück. Oh Gott. Oh, Baby. Oh, Baby. Oh, Shit. Oh, la, la. Das innere Heiligtstum. Oh, Shit. Oh, Shit. Ah, das ist gut. Moment. Moment. Oh. Ah, Notiz. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Du bist doch ein Depp, weißt du, Junge? Also, als ob dich jemand zum Mörder machen könnte. Das hast du schon alles schön selber freiwillig gemacht. Und dann ist das dieser Schatten, der uns jetzt verfolgt. Der Wächter der Kugel hier. Oh, was ist das hier? Oh, shit. Das war jetzt keine so geile Idee, oder? Okay. Okay. Okay, what? Aha. Okay, warte mal. Ich bin verwirrt, was ich jetzt eigentlich tue. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Moment, so, wir haben ja noch Dingenskirchenskopf. Muss ich den irgendwo kombinieren? Nee. Nee. Das fiept in den Röhrchen. Boah, der Tinnitus, ey. Seriously? Ernsthaft? Oh Gott, hier ist jetzt alles zerschmoddert. Guck mal, die Tür ist auf. Sag mal. YOLO, Kugelkammer. Ähm, yo. Naja, Villain. Wir waren auch nicht besonders nett. Ach, da bist du. Hm? Schneckig, junger Mann. Aber auf die Größe kommt es ja nicht an, ne? Äh. Okay. Kann ich eigentlich mit dem irgendwas machen? Okay. Nee, der, der da hinten ist. Dem hat er doch gesagt, der kippt gleich um. Nee. Ja, zupport. Ich stehe jetzt gerade nicht. Ich müsste den umwerfen können. Ah, dammit! Juhu! Bad ending! Okay. Das war das schlechte Ende. Shit. Dammit. Tja, wir werden jetzt sterben. Das ist ein ganzes Weg die Begriffenung, um wieder hoch zu gehen. Das war das schlechte Ende. Dankeschön, mein Freund. Dein Verzweck wird nicht vergessen. Du wirst für immer gefeiert werden. Für immer. Naja, Prospera, das war das schlechte Ende, weil Alexander sein Ziel erreicht hat. Das normale Ende wäre gewesen, wenn ich diese Pylonen hätte umschmeißen können. Dann hätte er nicht durch dieses Portal gehen können. Und es gibt auch noch das gute Ende, wofür wir den Kopf brauchen von Agrippa. Also für das schlechte Ende musst du einfach nur lange genug warten. Dann öffnet sich das Portal. Er geht durch. Wir sterben. Die ganze Welt geht in den Arsch. Sozusagen. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich, wenn ich jetzt weiterspielen sage. Warte mal. Was passiert? Ob ich nochmal das Ende spielen kann? Weil ich kann diese Pylonen kann ich nicht umwerfen. Das ist total doof. Ah, super. Weil... Da, der Mast ist instabil und wird gleich umkippen. Ich habe noch nie gewusst, dass du ein paar Schritte zu laufen hast. Sag mir. Ist alles schön und klar? Jetzt kommt drauf geschissen. Wir machen jetzt erstmal das gute Ende. Ich weiß nicht, ob das noch eine Trophy gibt. Ah, stimmt. Ich muss warten. Einen nackten Mann muss ich sowieso hier noch ein bisschen verdecken. Ja, danke, Taurus. Ja, GG. Wir haben es durchgespielt. Okay. Hier eben. Meinst du, was ist das gute Ende noch? Hier? Ja, ich muss warten, bis das Portal sich öffnet. Ich wüsste, für irgendwas brauchen wir ja noch Agrippas Kopf. Und ja, wie gesagt, also das normale Ende ist, wenn man die Pylonen umkippt. Das gute Ende ist, wenn man jetzt Agrippas Kopf reinwirft. Und das schlechte Ende haben wir gerade gesehen. Weil wir halt sterben, ne? Und Alexander sein Ziel erreicht und das Portal öffnet. Und bei den Pylonen, er sagt halt, findet heraus, in welche Richtung ihr ihn umwerfen könnt. Also man muss dann gucken, wohin man das schieben kann. Ich warte jetzt nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob es für jedes Ende irgendwie noch eine, noch ein Trophy gibt, sozusagen. Wenn der nackte Kollege sich mal dazu entschließen könnte, dieses scheiß Portal zu öffnen, wäre ich ihm sehr verbunden. Jetzt. Ach Gott. Jetzt ist es offen. Ah ja, es gibt wirklich für jedes Ende gibt es einen. Ich bin ein Wohltäter, ich habe Agrippas Kopf ins Urteil geschmissen. Bye-bye. Wir sterben dann auch, aber egal. Nice. Das war das gute Ende. Also, naja. Gut, ne? Wir haben... Wir sind zwar auch tot, aber wir haben auch Alexanders Pläne durchkreuzt. Oh, achso. Ich glaube, wir müssen einfach aus Licht zugehen. So. Nein. Du siehst du, Wier? Wir verdienen viel mehr. Du kannst ihn unterstützen. Ich weiß, du kannst. Tja nun. Ende. Aus. Vorbei. So, jetzt versuche ich mal noch, diese scheiß Pallonen umzuschmeißen. Ich glaube, ich muss warten, bis das Ding anfängt zu glühen. Das kann ich doch so nicht auf YouTube hochladen, Junge. So, jetzt bin ich der Wille, gut und schweig. Soch komfortvolle Konzepte, aber nicht verwendet. Sollst du so blind, dass du keinen Gordi in mir sehen oder schweig in Agrippa? Ich kann aber nicht erkennen, wie ich das jetzt Alter, ich verstehe es nicht Ey Ich höre zwar was, dass es Ja, Prospera, ich mache ja schon wie bescheuert, aber Da passiert nichts Ja, scheiße Hä? Also irgendwas funktioniert hier nicht Ja, ist auch egal, welche Reihenfolge man das macht Das ist völlig Latte Aber Er bewegt sich bei mir halt nicht Ach, scheiße In der Lösung steht halt nur Greift den ersten Pylon und findet heraus, in welche Richtung ihr ihn umwerfen könnt Ziehen und schieben Geht zum nächsten Pylon, werft ihn um Geht zum dritten Pylon und werft ihn um Das war's Ja Ja, vielleicht müssen wir mich wirklich vor und zurück bewegen Also richtig Ich dachte halt, es reicht, wenn ich mit R2 zugreife und dann ziehst und schiebst du ja auf Weil nicht anders mache ich Türen auf Aber vielleicht muss ich das so ein bisschen schubsen Ähm, weil mit L1 kann man ja auch Mit L1 konnte man ja auch so ein bisschen heftiger schubsen Ja, ja Ja, ja, das war doof, das war doof Weil es gibt bestimmt auch noch ne Ne Trophy Will ich nur jetzt nochmal ausprobieren Probier es mal mit dem, dass ich dann L1 gedrückt halte Und das so ein bisschen stärker Hä? Ach, da öffnet sich schon das Ach nee, jetzt hat er das hier gespeichert Nee, aber mit L1 macht da gar nix Ach, jetzt hat er das hier gespeichert, wo das Portal schon aufgeht Ach, wie dumm Ach, das ist ja blöd Das ist total dumm Mist Mist Ach, jetzt hat er das ganz blöd abgespeichert Äh, warte mal Jetzt hat er das ja wirklich blöd abgespeichert Ah ja, danke I was wondering if you were going to show up I see Agrippa convinced you to run some errands Never Is everything nice and clear now? Am I the villain? Good and beautiful Such comfortable concept But hardly applicable Are you so blind That you see no gody in me or evil in Agrippa? Das gibt's doch nicht. Aber man sieht halt auch nicht, wo er irgendwie rumfällt oder so. Was muss ich mir noch irgendwann mal angucken? Oh, wie denn das hat's gemacht? Ach, ich muss das ganz lang halten. Ach so, ich muss das ganz lang halten, nicht hin und her wackeln, sondern ganz lange halten, bis ich sehe, wo es hinkippt. So. Ach so. Ja, ich wusste, es gibt noch einen. Siehste? Booyah, Bitches! So, das ist das normale Ende. Er ist tot, wir haben überlebt. Jawohl, so hatte ich mir das vorgestellt. Ja, was wir jetzt bisher durchgemacht haben, da ist ja jetzt die Flucht. Kleiner. Aber wir haben noch ganz viele Sachen in unserem Inventar, wie die Kurbel für eine Maschine und so, die ich nie benutzt habe. Guck mal, wir sind wieder am Ausgang, juhu! Ich habe ihnen diesen verrückten Mann gegeben. Ich habe das richtige Ding gemacht. Super, ich habe es geschafft. Und hallo, Leroy Blaze Games, danke für dein Follower, danke schön. Und wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Amnesia ist jetzt wirklich mit allen drei Enden durch. Es gibt wohl noch ein extra Ending. Und zwar ist man, wenn man da von diesen Mutanten verschleppt wird, in denen die Zellen verbracht wird, kann man auch einfach in dem, in der Zelle drin bleiben, muss dann ein bisschen länger, ein paar Minuten warten. Und ja, nach sechs bis sieben Minuten hört ihr die Schreie der Gefolterten. Ihr geht dabei auch drauf und Alexander bedankt sich für die Zusammenarbeit. Und so. Ähm, ja, aber we did it. Wir haben es geschafft. Und morgen ist dann Man of Medan dran. Ich freue mich. Auch schon lange nicht mehr gespielt. Und mal gucken, wie viele wir töten. Ähm, das Spiel kenne ich ja nun schon. Tadam. Und... Da haben wir doch wenigstens noch ein paar Trophys abgeräumt. Und wir werden uns dann, wie gesagt, morgen Man of Medan reinziehen. Und für heute sage ich aber auch mal Dankeschön fürs dabei sein. Schlaft recht schön. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Und ja, dann, äh, macht es gut. Und bis morgen. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020